Ich kann mich nicht bewegen Oh mein Gott Oh mein Gott, das ist nicht das, was wirklich gerade passiert ist Männer, das Game hat mit einer Lautstärke 2 von 10 angefangen Es ist ein Game, was auf der richtigen Lautstärke anfängt Jedenfalls fast Holy shit, das ist noch nie passiert Okay, wir sitzen nur auf diesem Stuhl anscheinend Okay, hier steht 666 Okay Okay Okay, es scheint um die Reihenfolge zu gehen Oh, okay Okay Wir drücken einfach mal die 1 und gucken, was passiert, oder? Okay, wir können hier einen Code eingeben, der 6 Stellen hat Haben wir irgendwas mit 6 Stellen? 370 8088 Oh, was ist das? 1, 1, 1, 2, 2, 1 Ist gleich 3, 1, 2, 2, 1, 1 Und dann haben wir das da auch noch 1, 1, 2, 1 Sollen wir die mal ausprobieren? 1, 1, 2, 1, 1, 1 2, 2, 1 Okay, das ist falsch Dann probieren wir mal 3, 1, 2, 2, 1, 1 aus Ich glaube, meine Kamera ist ein bisschen im Weg Ich mache mal meine Kamera doch hier hin, Jungs Ich glaube, das ist besser 3, 1, 2, 2, 3, 1 2, 2, 1, 1 Okay, Scheiße Dann probieren wir 1, 1, 1 2, 1 Das sind 5 Zahlen Ich bin fucking dumm Okay Oh, wir können Dinge greifen 8, 2, 6, 7 Und dann 8, 3 ist durchgestrichen Ähm Das ist rückwärts Wie rückwärts In römischen Zeichen Oh mein Gott, da, oder? 3, 1, 2, 2, 1, 3 Let's go 3 1, 2, 2 1, 3 Let's go, dude Okay Don't do it Okay, das Ding ist Hier war irgendwas Unter diesem Reset Button Okay, wir haben 4 Button Was haben wir hier? 0 und 1 Okay, okay Oh mein Gott, das ist ultra schwierig Okay, hier können wir irgendeinen Code eingeben Mit Nullen und Einsen Was ist, wenn es das ist? 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 Das hat 7 Zeichen Das hier hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oh mein Gott, 0, 0, 1 Dude, ich bin fucking smart Dude, ich bin fucking smart Kill all humans Oh, wir haben das erste Level geschafft Oder? Ich glaube, das sind die Level Und dann haben wir das nächste Level geschafft Okay Das war ein Ending, kein Level Achso Es gibt mehrere Endings, oder wie? Und das Ziel ist es, alle Endings zu finden Oh mein Gott Es ist ein Unterschied, ob man auf den Pfeil oder auf die Spitze klickt Schaut mal Deswegen hatte ich gerade was anderes Okay, und dann zeigt der Pfeil da drauf Oh mein Gott, okay Okay, blau, rot Das hat irgendwas damit zu tun, oder? Oder hat es was mit diesen Heftländern zu tun? Wie viele können wir ihn eingeben? Vier Stellen, vier Stellen Übrigens Das hier ist Mathe Das hier ist Bio Und das ist Deutsch Wenn ihr es nicht so habt, seid ihr Versager Grün ist Englisch Okay, grün können wir streiten Aber das hier ist Mathe Und das ist Deutsch Ich meine, ich würde sogar hier drüber streiten können Aber das ist Mathe auf jeden Fall Blau ist hundertprozentig Mathe Wenn bei euch Mathe nicht blau war, seid ihr Versager, Alter Wirklich, es ist einfach so Ich versuche gerade zu verstehen, welche Farben wir nehmen müssen Ey, wenn man vielmal Geld macht Dann gucken wir mal nach das hier Als hätte man irgendwas freigeschaltet, oder so Hm 8267 Okay, das Game ist geil, aber 3700 Chat, wo denkt ihr, kriegen wir den Farbcode her? Meintest du es vielleicht das hier von links nach rechts? Grün, rot, grün, blau? Lass mal tryen Grün, rot, grün, blau Nee Nach oben gucken Da hier ist Next Digi Ja, ich habe auch überlegt, ob es das mit dieser Sequenz hier zu tun hat Aber ich meine Wann fängt es an? Ich glaube nicht, dass es das ist, Jungs Okay, können wir noch irgendwas abnehmen? Können wir die hier abnehmen? Ihr müsst nicht einfach vorsagen Ihr könnt ein bisschen helfen und shit, das ist nice Aber nicht einfach vorsagen, random Halt, das machen nur Idioten Oh, wir können den Laden hier aufräumen Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich in Games weitaus lieber aufräume als IRL Verschiedene Ordner für verschiedene Fächer Oh Oh Haben wir dadurch irgendwas freigeschaltet oder so? Das ist ein Symbol, true Das ist ein Smiley Ich kann nichts drücken Ich kann nichts drücken gerade Ich kann nur resetten Hier ist auch irgendwas mit Lichtern, Jungs Das scheint auch wichtig zu sein irgendwann Eine der Schubläden Habe ich auch das Gefühl Das hat sich angehört, als wäre eine Schublade offen Aber ist nicht Oder müssen wir jetzt einfach eine Minute warten? Er meinte, er ist in einer Minute wieder da Aber eine Minute ist doch schon vorbei, oder? Verschiedene Ordner für verschiedene Fächer Bro, mein Ordner für alles war meine Schultasche Ja, das ist dann ab Abiturphase Aber vorher versucht man es doch wenigstens ernst zu nehmen Da kontrollieren die Eltern auch noch mehr und so Ab einem bestimmten Punkt hast du einfach einen Block dabei Und der Block ist einfach Du hast einfach einen Block für alle Fächer, die Kästchen verwenden Und einen Block für alle Fächer, die fucking Zeit verwenden So einfach, Dicker Und wenn der Lehrer sagt Hey, bitte holt mal das Blatt raus von letzter Woche Dann hast du es einfach nicht und fragst ihn bei deinen Nachbarn Ich kann es einfach, Dicker Bücher hast du eh nie dabei Hausaufgaben auch nicht Ganz normal, Digga Usual Business Oh mein Gott Gelb Rot Blau Blau Ist es vielleicht das? Gelb Rot Blau Blau Ah, das war's Sorry für den Tipp, aber ich muss das sagen, weil du sonst vier Stunden dran hockst Wenn du Shift gedrückt hältst und dann auf R drückst Dann rausgehst und System 32 löschst Dann öffnet sich ein extra Numpet Der F Okay, wir machen das hier auf Okay, ich würde sagen, wir arbeiten an diesem Ending weiter Das Game ist fucking dope Alter Gelb Rot Blau Blau Gelb Rot Blau Blau Oh mein Gott Ich bin super smart Holy shit Okay, was genau ist das hier? War's das schon? Ah, perfekt Das war's anscheinend nicht Gelb Rot Blau Ey, wenn ich fertig bin, dann leuchtet Reset unten oder so, ne? Oder woher weiß ich, wann ich fertig bin? Oder muss ich das erraten? Ah, die Musik, okay Okay, ich hab ein bisschen das Gefühl, wir müssen nochmal irgendeine Farbe drücken Damit sich dann hier noch was öffnet oder so Das hab ich im Trailer gesehen Das ist ein Ende, oder? Let's go Okay, nice Was können wir noch mit dem Hammer machen? Komm, zwei inactive War's das schon? Oh Ein Tacker Ich weiß nicht, was der Tacker bringt Okay, also Wait, hä? Hä? Ist das nicht die Mucke für? Ich hab's geschafft Rechts steht was mit nem Hammer, oder? Grab your screwdriver Grab your hammer Work 1, 1, 2, 1 Ja, aber Check ich nicht, Dicker Okay, wir haben das Okay, was ist euer Feeling hier, Chat? Fühlt ihr das so, dass wir hier noch was eingeben müssen? Oder denkt ihr eher, dass wir irgendwas finden müssen, um das hier aufzubrechen? Ich würde eher sagen, dass wir das hier drücken müssen nochmal, oder? Müll da reinwerfen? Ne, ne, ne Das haben wir schon gemacht Okay, hier ist ein lachender und hier ist ein trauriger Smiley Vielleicht hat das auch noch irgendeine Bedeutung Daufermann hab ich schon versucht Wir hatten halt noch das Telefon, Dicker Wir können auch erst mal da weitermachen Wir können mal hier 666 wählen Okay, wir haben hier nen Morse-Code Oh, warte mal! Ne, ich dachte, vielleicht ist das Vielleicht ist das ein Äh, Ding Vielleicht ist das irgendwie ein Morse-Code Okay, warte mal Hier ist auch ne 2, oder? Das soll ne 2 sein, glaub ich Das ist doch nicht durch Aus Zufall ist das nicht ne 2 Was steht da drauf? 9, 7, 2 Ja, wir können 3, 7, 0 ansonsten noch anrufen Haben wir sonst noch irgendeine Zahl gehabt, Jungs? Gorilla? Ja, wir können 3, 7, 0 ansonsten noch anrufen Okay, what the fuck? Dass wir 2, 3, 7, 0, 0 machen müssen? Ja, glaub ich ehrlich gesagt nicht Ich glaube eher Dass es irgendwas mit diesem Morse-Code zu tun hat Und wir müssen den Morse-Code rausfinden Vielleicht müssen wir Oh, warte mal! Vielleicht können wir die Diskette irgendwo reinmachen Und dann spielt das irgendeinen Code ab Das wird sein, oder? Warte mal! Wir schlagen mit dem Hammer Diese Jukebox hier ein Nevermind, das machen wir nicht Okay, den Struedriver kann man auch nur einmal usen anscheinend Das Telefon ist der Morse-Code Was passiert, wenn mein Lager dranbleibt? Okay, ich kann hier nichts drücken Oh, wir haben 8, 2, 6, 7 noch Jungs, einfach eine Zahl reinzuschreiben ist so wack Achso, ich mein das da Okay Ja, schreibt dann irgendwie Auf der Jukebox oder so Nicht einfach so Ah, es ist schwer Tari, danke für die 28 Momente, Bro Warum bin ich so lost? Nefek Vaitrex Angry Fox Kid Und Low Stepper Ich denke, es war bei den Chef für die Boys Okay, Real Rap Ich glaube, mit dem Hammer sollen wir nichts in der Ferne machen, oder? Schau mal, der verschwindet dann so Das hätten die ja dann anders gemacht Können wir sowas noch irgendwas mit dem Hammer machen? Wir können halt das Ding kaputt machen Printer-Error Können wir dieses Blatt da drin nehmen? Das wie so Weiß ich nicht Da ist irgendwas, was man lesen kann Ich kann den Hammer auf jeden Fall nicht mehr nehmen Okay, es hat viel mit Musik zu tun Wir müssen immer wieder auf die Musik achten Ähm Bei dem Wasserspender die grauen Teile Was für graue Teile beim Wasserspender? Meint ihr diese Hütchen hier? Ich glaube nicht, dass wir mit denen irgendwas machen können Ähm Was war's nochmal? Gelb, Rot, Blau, Blau Ich will wissen, was das hier ist, Digger Das Blatt können wir nicht rausnehmen Vielleicht können wir das Blatt rausnehmen, wenn wir das kaputt gemacht haben Das geht nicht Boah, ist das schwierig, Männer Digger, es gibt so viele Endings Den Whiteboard links Oh mein Gott Digger, King Smart, let's go Hier ist sogar noch ein Dino gemalt Ja, okay, das ist smart Warte mal Ähm Okay, was ist es? 311-399-2364 Ein Faxgerät Das ist, das ist ein Morse-Code Das ist ein Morse-Code Drucker? Drucker? Ähm Oh 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 shit Korrekt Links unten Links oben Links oben Links unten Für was ist das? Boah, Digger Das ist so ein schweres Game Holy shit Okay Andersrum? Ne, ich glaube schon, dass das Kopf übersehen soll Versucht die Rechnung am Whiteboard zu lösen Okay Das hier ist 1 1 durch die Wurzel aus 5 Ist gleich 1 plus Wurzel 5 Minus 1 plus Wurzel 5 Okay, das ist dann am Ende Dann steht Oh, warte, das ist hoch N Wir wissen nicht, was N ist Warte mal Ist das nicht die dritte binomische Formel hier? Ne Ne, never mind Das wäre, wenn es hoch 2 wäre Oder? Ich weiß nicht, ob man die lösen kann Ist das lösbar? Ich bin mir nicht ganz sicher Ich könnte mir vorstellen, dass oben auch 2 hoch N Wurzel aus 5 rauskommt Und dass dann insgesamt 1 ist Ist eine Funktion? Ja, an sich schon Aber es kann trotzdem sein, dass man es komplett wegkürzen kann Also wenn man die Klappe Okay, lass uns die Klammern auflösen Das ist dann quasi Nein, das geht glaube ich gar nicht Ich glaube, du kannst die Klammern gar nicht auflösen hier Das geht nicht FN steht für Factory New Mehr kann ich auch nicht helfen Ne, glaube ich nicht Weil Also du kannst jetzt nicht einfach machen 1 hoch N plus Wurzel 5 hoch N oder so Das funktioniert so nicht FN steht für Factory New Mehr kann ich auch nicht helfen Danke, Digga Minus 3, Bro Boah, das ist richtig tricky Ich weiß halt auch nicht, ob es uns irgendwas bringt Wenn wir uns das weiter angucken Lass uns was anderes machen Machen wir nochmal das hier auf Okay, wir haben das Wir müssen nochmal vier Farben finden Denk Wir haben hier Rot, Rot, Blau, Rot Aber das war für was anderes Wir haben das hier immer noch Das ist halt auch super verdächtig Das ist mega Sauce Hier haben wir halt auch Warte mal Hier sind vorne Farben drauf Ne, okay Das muss nicht sein Dann haben wir diese Zettel hier Rot, Blau, Gelb Vielleicht Rot, Blau, Gelb, Blau Weil diese Schrift in Blau ist Könnte das sein? Rot, Blau, Gelb, Blau Ne Die Pfeile im Drucker Zeigen Farben Ja, die Ordnung vom Strang Hab ich schon probiert, Jungs Das hab ich probiert Das Ding ist halt Das sind fünf Und ich hab halt Diese Farben probiert Ich weiß nicht genau Ich glaub jetzt nicht, dass es von rechts ist Also ich glaub jetzt nicht, dass Blau, Blau, Grün, Rot Was sein wird Ne Er hat halt auch noch das da Aber was bringt das? Links unten korrekt Links oben, links oben, links unten Haben wir mal auf den Ordner Wir haben auch noch die Diskette Was kann man mit der Diskette machen, Jungs? Boah, das ist tricky Position der Farben vielleicht Hab ich auch überlegt Sowas wie Rot, Gelb, Gelb, Rot Oder so Weil wegen links unten Links oben, links oben, links unten Oder so Nein, die Pfeile auf dem Board Einfach Die Pfeile auf dem Board 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 Was meinte ich gerade? Die Pfeile Rechts oben ist rot Ach so Ah, jetzt verstehe ich Ich meine quasi Links unten Links oben, links oben Links unten Oder halt andersrum Rechts oben Rechts unten, rechts unten, rechts oben Ne, das geht auch nicht Okay, fand ich aber ein guter Guess an sich Okay, am Drucker können wir nichts mehr drücken Nachdem du was mit dem Drucker hattest Statt auf dem Bildschirm Dass du irgendwas checken sollst Ja, hab ich auch irgendwie das Gefühl Warte, wir machen ja nochmal einen Arsch PC Loadletter Das Ding ist, ich hab das Gefühl Wenn die Musik ist Dann kann ich nichts mehr machen Ich kann nichts mehr machen Und der Reset-Button leuchtet Ich glaube, wenn die Musik kommt Hab ich's verkackt Oder? Check-Dip-Switch 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 Was zum flying fuck ist ein Dip-Switch Warte mal, ist das nicht ein Klappschalter? Es ist ein Klappschalter, oder? Warte, das Ding ist, wir haben diesen Klappschalter Aber den kann ich nicht drücken Okay, was ist, wenn wir als erstes Das drücken Dann das Nee, nee, nee Nee, okay, wir haben's verkackt Pfeile von der anderen Seite lesen Wegen Spiegelverkehr Ja, das hab ich schon richtig gemacht Guck mal bei den leuchtenden Lampen Auf die Anzahl der Farben Ja, das werden irgendwie immer mehr Oder so Ich weiß nicht genau, woran das liegt Guck mal, je nachdem, was ich halt drücke Passieren da halt Okay, das haben wir schon, das Ending Das haben wir schon Okay, hier kann ich nix machen Die Lampen sind die gesammelten Endings Oh, meint ihr? Ah, warte mal, wir haben drei, vier, fünf Eins, zwei, drei, vier, fünf Oh, ja, okay, das sind die Endings Ihr habt recht Guck mal, man muss es doch kopfüber lesen, oder? Also links, unten Rechts, äh, sorry Links, oben, links, oben, links, unten Also wär's ja rein theoretisch Vielleicht probieren wir's mal Bevor wir das andere eingeben Also Nee Wofür könnten diese Pfeile sein, Dicker? Okay, hier haben wir einen Code drin 8, 2, 6, 7 Okay, wir machen erstmal weiter mit anderen Sachen Äh, 3, 1, 2, 2, 1, 3 3, 2, 1, 1, 2 Was war's? 3, 1, 2, 2, 1, 3 3, 2, 1, 1, 2, 3 Hä? 3, 1, 2, 2, 1, 3 3, 2, 1, 1, 2, 3 Hä? 3, 1, 2, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 All right, let's go. Wir haben ein neues Edding, boys. Huge. Okay. Dann probieren wir mal. Ich glaube, nach rechts haben wir schon probiert. Wir machen mal nach links. Dann öffnet sich dieses Code-Ding hier. Eine vierstellige Nummer. 8267. Okay. Okay, wir haben so ein Launchpad hier. Okay, ich glaube, mir muss man fünf Dinge eingeben. Vier oder fünf. Haben wir irgendwo so ein Feld schon mal gesehen? Wir haben halt hier auch noch 1, 2, 3, 4. Haben wir irgendwo einen Code, wo nur 1, 2, 3 und 4 vorkamen? Oh mein Gott. Das ist die Melodie, die wir erraten müssen, oder? Oh shit. Bruder, ich hol dich da raus. Ich hol dich nicht da raus. Das Logo auf der Jukebox. Nee. Ah, gute Call. Okay, er kann irgendeinen Knopf drücken. Wie bringen wir den Bruder dazu, dass er diesen Knopf drückt? Die Farben sind auch stehen geblieben. True. Rot, gelb, gelb, blau. Oh mein fucking Gott. Und jetzt nochmal die Nummer wählen. This game is fucking dope. Vielleicht kommt es das jetzt mit dem Drucker? Ankommen. Handshake verhandeln. Verbindung. Oh mein fucking Gott. Sei gegrüßt, Produzent Falcon. Tic-Tac-Toe. Let's fucking go. Was, was, was? Oh mein Gott, das war noch nicht vorbei. Oh mein Gott. Du. Ist der lost, Alter. Rot, rot, gelb, grün. Äh, warte, was hab ich vorhin anders gemacht? Ich hab erst das hier aufgemacht. Und jetzt hab ich das eingegeben, richtig? Oh, das bedeutet, wenn das Fragezeichen kommt, muss man erst eine andere Sache machen, aber der Code ist richtig. Vorhin hab ich viermal gelb gemacht. Das war auch quasi ein richtiger Code. Aber ich hab irgendwas vorher noch nicht gemacht. Aber ich hab irgendwas vorher noch nicht gemacht. Merkt euch viermal Geld, Männer. Ihr werdet's eh nicht tun, aber trotzdem, danke. Scheiße, ich hab ich verweht. Okay. Übrigens, nochmal kurz zurück zu den Nuggets. Ähm, Menschen, die sich eine Barbecue-Soße bestellen zu ihren Nuggets, sind einfach nur lost. Seigegrüß-Produzent von Tic-Tac-Toe. What the fuck? Ein seltsames Spiel. Würdest du nicht lieber eine Partie Schach spielen? Oh ja, doch, easy. Imagine, man muss jetzt eine Partie Schach gewinnen. Ey, muss ich jetzt resetten? Ja, oder? So geile Referenz des Films Wargames. Der sagt mir irgendwas. Ich mein, ich hab den geguckt. Oh mein Gott, let's go. Okay. Wir haben ein weiteres Ending gefunden, Männer. Huge Pogchamp-Moment. Okay. Können wir das da hinten noch aufschrauben? Ist denn irgendwo noch Schrauben dran? Irgendwas, wo man nochmal sagen könnte, jawohl. Hier könnte ich ran mit einem Schraubenzieher. Geh mal auf das Morse-Code-Buch mehr ein. Okay, können wir mal machen. Es gibt da ein neues Video über einen gestörten Typen namens Kevin. Ich meine, wie soll ich hier mehr drauf eingehen, Bro? Das Radio. Dass wir beim Radio irgendwas aufschrauben können? Glaube ich nicht. Können wir beim Radio irgendwas zerschlagen? Ich will irgendwie diesen Hamster da befreien. Aber ich weiß nicht, wie. Aber der tut mir voll leid, Dicker. Also, entweder will ich ihn befreien oder er soll den Faschisten in den Knopf drücken. Wie kriegen wir einen Hamster dazu, dass er diesen Knopf da drückt? Okay, das war mit dem Drucker, haben wir alles schon gemacht. Radio, Nummer und Telefon. Da steht halt 972, da passiert nichts. Wir haben halt auch noch dieses Kästchenfeld, genau. Das haben wir auch noch. Was war der Code, den wir hier eingegeben haben, Chad? 3-7-0-0. 8-0-0-8. Oh mein Gott, das ist sowas komplett anderes. Das hatten wir noch nicht. Ah ja, schon, es war 8267, muss das Mathebuch. Alright. Wir können ein Datum eingeben. Es ist der 4. April 2001. Oh mein Gott. Bro, ist das eine Zeitmaschine? Ich glaube, wir haben random ein Ende gefunden, was wir gar nicht finden wollten. Let's go. Let's go. Das Game ist übertrieben dope, dude. No joke. Sehr, sehr geile Empfehlung, man. Das sind so, ich finde, das sind so Games, die würde man als Nicht-Streamer vermutlich nie finden, Dicker. Weil die einfach in so den Tiefen von so einem Steam-Shop verschollen sind. Weißt du, was ich meine? Das ist impossible, sowas zu finden, Alter. Genau, dann haben wir das hier aufgeschraubt. Dann hier. Schau dir mal die Nummerierung auf dem Schild rechts an der Wand an. Eins, zwei. Eins, zwei, vier, vier. Du. Okay, smart. Das kann ich auf jeden Fall auch gebrauchen. Ups. Okay. Meint ihr, ist es manchmal so? Wenn du Pisser, das ist erst der Anfang. Du kriegst einen Direktlink zu dir in seinem Video. Meint ihr, ist es auch manchmal so, dass zum Beispiel jetzt hier irgendein Code stehen kann, den ich dann aber für ein anderes Ending brauche? Oder ist es nie so? Also ich frage mich, ob ich manchmal was merken muss. Oh! Let's go! Das war anscheinend auch ein Ending. Okay, wie change ich hier das Datum? Warte, was passiert, wenn ich jetzt nach links mache? Kommen wir dann wieder in die Steinzeit da? Oh, ja, ja, okay. Malte, wir haben hiermit alles gemacht, Jungs. Vielleicht? Die Deskette, Bro! Da kann man was reinlegen! Oh mein Gott, Jungs! Oh mein Gott, ihr bekommt von mir 5000 Packungen Milch. Oh mein Gott, dass ich hier vielleicht irgendwas, ein bestimmtes Muster machen muss oder so? Digga, das Game ist übertrieben doof. Okay, kann man es tiefer als das bauen? Nee. Okay, vielleicht müssen wir die komplette Stadt abbauen. Oh mein Gott, man sinkt immer eins tiefer. Oh! Oh mein Gott, so bad. Holy shit. Sag mir bitte, ich kann das Game als die Gegend neu spielen und muss nicht alles neu machen. Ah, okay, perfekt. Digga, ich fühle mich wie ein fucking Hacker, Bro. Einfach drehst ein In-Game. Kritisch. Okay. Pop, pop, pop. Oh mein Gott, Junge, Wasser in Elm. So, jetzt nehmen wir hier die zwei da mit. Pop, pop. Okay, ist egal, nehmen wir die mit. Okay. Okay, huge. Nice. Oh nein, wir haben jetzt gewastet. Nein! Bitte flieg drüber, Bruder. Ach, das ist ein fucking Joke. Das ist ein fucking Joke. Oh mein Gott, ich hasse dieses Game. Das ist doch... Oh mein fucking Gott. Chat, ich finde es so nice, dass wir aktuell so random Games spielen wieder. Das ist übertrieben doof. Und auch so viele Games in einem Tag. Beste Leben. Und mit aktuell meine ich die letzten zwei Tage. Weil davor habe ich das Gefühl nur zu Chatting gemacht. Okay. Ah, nicht so gut, aber ist egal. Okay, schön. Okay, sehr gut. Auch nice, nehmen wir mit. Okay, jetzt müssen wir die hinteren zwei da mitnehmen. Oh nein, wir haben einen, ich habe einen nicht geused. Oh mein Gott, bitte reich. Oh nein, jetzt wird wieder dasselbe passieren. Oh nein. Nein! Oh, never mind! Let's go! Stufe geschafft. Drücke Neustart zum Fortfahren. Let's go. Wo muss das hin? Nice! Das war ein Ende. Sehr geil. Okay. Das Ding ist, Chat, guck mal. Wir können hier ein Datum eingeben. Fühlt ihr das nicht auch übertrieben, dass wir das Datum, was da steht, eingeben müssen? Aber das Ding ist, ich kann nichts eingeben. Ja, save, vielleicht, Digi. Okay, wir geben nochmal das hier ein. 8, 2, 6, 7. Dann öffnen sich diese Dinger. Können wir hier mit irgendwas changen? Naja. Aber wir können hier mal 1, 2, 4, 4 eingeben. Das war das, was da stand. Oh mein Gott, holy shit! Digga, das ist richtig geil gemacht, man. Nice. Geil, Jungs. Good fucking job. Okay. Wir haben halt immer noch dieses Launchpad und wir haben da 666 stehen. Der Pass. Der Pass. Ein Pass. Was für ein Pass. Zum Tisch. Ganz am Anfang lag so ein Pass. Am Anfang bei Reset. Oh. True. Der geht dann aber weg. Warte mal, warte mal, warte mal. Warum liegt da ein Pass? Ich kann bei dem Pass nichts machen. Vielleicht, dass wir hier drauf klicken müssen? Nee. Ja, in dem Fall haben wir schon angeklickt einmal. Da können wir auch gucken, ob es da nochmal irgendwas gibt später. Das habe ich aber schon gemacht. Stempel. Smart. Okay, ich glaube, ich glaube, ich muss erkennen, wer der Bösewicht ist und wer nicht. Okay, das ist ein Bösewicht. Das ist auf Papers, please angelehnt. Ich kenne es nicht, Dicker. Okay, das scheint aber sehr, sehr geil zu sein für manche Leute. Okay, sick. Also anscheinend ist es so, dass man manchmal Enden haben muss, um andere Enden zu bekommen, weil der Pass war ja nicht schon von Anfang an da, oder? Kann man irgendwas machen, wenn wir Approve gedrückt haben? Warte mal, da auf dem Ausweis ist auch noch irgendwas drauf. Ah, nee, okay. Kannst du mal Papers, please spielen? Äh, wenn es ein funny game ist. Why not? Okay, wir machen erst mal wieder alles auf, Männer. Und dann versuchen wir... Dann versuchen wir, neue Enden zu finden. Oh mein Gott, ich habe ja den Code gemerkt. Pogchamp. Okay. Also das Ding hatten wir halt auch schon, ne? Was ist da nochmal passiert, als ich das gedrückt habe? Okay, keine Ahnung, aber das hatten wir schon. 3700. Das können wir auch mal eingeben, ja. Das habe ich noch nicht eingegeben, True. Da steht auch ein Code, oder? Auf dem Mathebuch? Da steht Mathe drauf. Aber Mathe ist die Lösung zu allem. Den Müll eingeräumt haben wir schon. 3-7-0-0 geht nicht. Wir haben halt auch immer noch diese große, grüne 2-Dicker. Die ist so suspicious, Alter. Nimm's in die Hand. Was? Das Mathebuch, oder was? Oh mein Gott. 1012, Schitter. Achso. Ne, okay, aber... Mach mal 1312. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, Bro. Das hätte mich geisteskern gewundert. Ach, scheiße. Ach, Mann. Ich bin so dumm. Jetzt muss ich alles wieder neu aufmachen. Ich fach ihn in die Hand. Okay. Das ist alles, was wir gerade zur Verfügung haben, Männer. Mach mal 1337. Ups. Schauen wir mal das da noch auf. Mach mal 2001. Oh ja, weil da... Ja, okay. Oh. Oh. Cheron. Cheron. Octo. Uarto. Sarto. Kupi. Kupus. Kappen. Kapur. Kupus. Kupus. Muus. Ich habe mir vorgestellt, dass es das damit irgendwie zu tun hat, aber mehr Ahnung habe ich auch gar nicht. Schlangenbild etwas mit dem Hamster zu tun, mein Sohn. Schlangenbild etwas mit dem Hamster zu tun? Weiß ich nicht, Diggi. Die Fächerbeschreibung. Ja, aber die Frage ist, inwieweit... Inwieweit... Inwieweit hat das damit zu tun? Ich habe irgendwie das Gefühl, es soll eher ein Wort ergeben. Warte mal, man kann Math machen. Okay, krass. Ähm... Viermal Gelb haben wir noch. True. Oh. Okay. Wir brauchen... Das sieht aus, als würde man da einen Schlüssel reinschieben, oder? Das fühlt ihr doch auch. Oder schrauben sie vielleicht? Nee. Hammer. Könnte auch sein. Nee. Ähm... Schau dir mal die Post. Sitzt an bei der Tafel, oder was das ist. Ja, habe ich auch überlegt. Diese da, aber da steht... Da ist ein Hamster, und dann ist da ein Dino, der macht... RAR. Trash. Goes into the Trash. Thanks. Also, das haben wir halt schon gemacht, dass der Müll aufgesammelt werden muss. Hey, Broski, wat geht ab, eh? Ähm... Was geht, Bro? Quentin Johnson Jerome. Bildername. Man kann hier Moon machen. Ich glaube, man kann auch Mars machen. Warte mal. Man kann Planeten damit machen, oder? Man kann Joranus machen. Warte mal. Warte mal. Gibt es U, R? Nee. Okay, es gibt wahrscheinlich noch Saturn. Gibt es R und N? Satur. Saturs. Ähm... Oh, vielleicht kann man Earth machen. Ja, guter Call. Oh, ja, Earth kann man machen. TH gab es am Ende. Ähm... Let's fucking go! Oh mein Gott. Dicker, die Mädchen hätten jetzt eine Schüssel bekommen und hätten nicht gewusst, was wir damit machen können. Oh mein fucking Gott. Let's go. Okay. Oh, geil, Mann. Ey, gute Arbeit, Männer. Gute Arbeit. Sehr, 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 sehr stark. Okay, wir gucken mal, ob hier sich irgendwas verändert hat. Nee. Okay. 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 Warum hat der Hamster einen roten Knopf? Was? Der Hamster hat einen roten Knopf? Achso, achso, ja. Warm. Achso, du meinst warum, oder? Ich weiß nicht, der muss da irgendwas drücken können oder so. Vielleicht müssen wir den anderen Hamster, der hier unten rauskommt, mit dem Hammer im richtigen Moment erschlagen? Könnte das sein? Okay, wir haben halt auch immer noch dieses Launchpad hier, wir haben noch diese 666-Sticker, wir haben dieses Radio, was unnormal weird aussieht. Aber das können wir nicht ausmachen. Wir haben diese Dinger hier auch noch, ich kann halt nichts drücken oder so. Okay, hier können wir halt 4 oder 5 Sachen anklicken. Dann haben wir halt immer noch hier, das ist das, was mich am meisten nervt, wir haben hier so eine Art Datum und wir haben hier den 4. April 2001. Als müssten wir hier irgendwas eingeben. Oh mein Gott, denselben Schlüssel, aber dann für den Schrank? Bro, das könnte sein. Äh, wie sind wir nochmal an den Schlüssel gekommen gerade? Scheiße, wie haben wir das gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Digga, wie haben wir das gemacht, Jungs? Ah, wir haben 2001 hier eingegeben, true. Dann haben wir hier Earth eingegeben. Blau, grün, gelb, gelb. Ne, aber oh mein Gott, kranker Call, Digga. Oder blau, vielleicht ist das auch noch blau, vielleicht ist es blau, gelb, gelb, grün. Nee. Aber fand ich einen interessanten Call. Hätte reindrückt sein, dann was ist, wenn es blau, gelb, rot, blau ist? Nee. Wir hatten das ja auch schon, ne? Gelb, rot, blau, blau hatten wir schon. Den Hebel neben, don't do it, nach rechts, dann kommt unten links am Schreibtisch was. Den Hebel neben, don't do it, nach rechts. Du meinst diesen hier? Das, äh, hab ich auch schon probiert. Aber, warte mal, wir machen erstmal das nochmal. Was ist, wenn wir das da hinten usen können? Nee. Können wir mit dem Schlüssel irgendwas anderes machen? Nee, okay, ich glaube, wir machen's. Wir resetten nochmal. Das hatten wir schon. Was ist das hier, Dude? Ein Song? Ich wollte was trash-talken, aber der Song ist echt viel gut. Ich wollte sowas sagen, wie, kein Mensch will grad einen Song hören, aber der Song ist tatsächlich krass. Ich glaube, erstmal alles aufmachen ist immer nicht verkehrt. Wir können mal versuchen, wir machen's mal nach da. Dann hatten wir das hier. Oh, und das ist auch neu. Wow, come. Oh mein Gott, hier ist so viel Information. What the fuck, Alter. Ah. Is any of this real? Touch everything. 3-1-2-1. Killroy was here. Okay. Nee, okay, ich dachte, das ist irgendwie sinnvoll, aber ich... Vielleicht ist es sinnvoll, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir dieses Muster machen. Dicker, das ist so viel Information. What the fuck? 8? 8-0-2-0, oder? Junge. Holy shit. Jungs, oh mein Gott, das sind so viele neue Händen. Study. Das ist hier ein Limited-Zeichen, oder eine 8. Hier steht 611-235-812, das ist eine Telefonnummer. 611-235-813. Das ist die Telefonnummer. Das ist eine safe Telefonnummer. Das ist ein TPS-Report. He's not coming back. What the fuck you? Dann diese Zeichen. Oh mein Gott. Why can't I change the station? 3? Wir hatten noch irgendwo eine Zahl. Touch everything. Touch everything. Warum genau steht hier Touch everything? Das ist das drei Fächer für drei verschiedene Schlüssel bei dem Earth Dings. Oh, das kann gut sein, Dicker. Das ist ein richtig guter Call. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo wir zuerst anfangen sollen. Wir haben so viele neue Input. Okay, ich würde sagen, dass wir das trotzdem nochmal für später behalten. Und wir probieren nochmal kurz... Was wollte eigentlich der Typ, der die Milch entdeckt hat von der Kuh? Wir probieren nochmal... ...verschiedene Sachen hier aus, würde ich sagen. Kann man die andere Duakbox oder wie auch immer du das nennst, auch öffnen? Ach, fuck. Äh, ne, ich glaub nicht, Digi. Okay. Okay. Okay, wir müssen als erstes alles andere eingeben, damit alles andere offen ist, glaube ich. Ich glaube, die Sachen brauchen wir. So. Dann machen wir das auch. Okay, was können wir noch machen? Wir haben Earth. Mars? Geht nicht. Vielleicht Venus? Ähm, ja, Venus. Ähm, die Säule, Klaus. Was gibt's noch für Planeten? Uranus, Saturn, Jupiter? Gibt es Jupp? Jupp. Ja, das passt nicht hin. Mars, Merkur. Ja, dann brauchen wir halt M, E. Oh, haben wir? Warte. Oh, ja, da war... Ach, ich bin so dumm. Okay. Moon? Können wir tryen? Das ist ein guter Call. Geh mich hier dem Hampelmann im Kinderwattezimmer. Hab ich gesagt, dass ich ne Minute wieder... Mars, gibt's auch... ... seit dem haut der alles mit nem Hammer zusammen. Mir kam auch grad nen Hamster entgegen. Kannst vorerst mal nach dem schauen? Gibt's hier auch ein einzelnes O? Nee, ne? Nee. Saturn hab ich schon versucht, glaube ich. Gibt's nicht. Aber ja, es ist ja auch... Es ist ja auch Mercury auf Englisch. Ja, your anus haben wir auch schon probiert. Gibt's nicht. M, A, R, R, R... Also, dass es quasi hier nur ein S ist, oder wie? Okay, bei meinten, ne andere Version von Mars könnte funktionieren. Aber Mars hab ich schon getried. Yo, Daddy, nimm den Schraubendreher und versuch's beim zweiten Kasten neben dem Hamster bei Pussink. Hab ich schon. Okay, wir hatten noch... Was hatten wir noch? Wir hatten noch 3, 1, 2, 1, war's, ne? Was ist aufgegangen? Irgendwas hat sich geöffnet, Dicker. Da! Die, die, die... Ich bin hier noch, die Musik. Oder? Was ist das Ziel des Spiels? Alle Enden zu bekommen? Ja, genau. Es gibt, ähm... Das sind die Enden, die es gibt. Beziehungsweise hier auch diese Bilder. Und... Es ist das Ziel, alle Enden zu finden. Oh mein Gott, das ist so kompliziert. Es ist still. Nee. Es ist zweimal das. Das ist so schwer. Okay. Es ist... Dö... Ich glaube nicht, dass es die Melodie ist. Lass mal. Folgendes. Wir machen das auf. Wir machen das auf. Okay. Dann geben wir hier das ein. Dann machen wir... Wie haben wir nochmal dieses Feld hier aufgemacht, Jungs? Den Hebel nach links? War's der Hebel nach links? Okay, so kriegen wir... Okay, ich glaube, wir müssen uns Dinge merken. Weil dieses 3-1-2-1 war ja auch was, was wir dann hier eingeben konnten. Was man aber nur dann eingeben kann, wenn man das nach rechts macht. Das heißt, man muss sich Dinge merken. Okay, das heißt, wir schreiben jetzt Dinge auf, Jungs. Okay, wir schreiben einmal das da auf. Das ist die Telefonnummer, glaube ich. Ich habe so ein Gefühl, dass meine Freundin Morsch unsere zweijährige Bezahlung beenden wird und bin null darauf vorbereitet. Morsch. Such any tips? Beppo, sing sorry for bad vibes, Beppo. Ja, Bro. Ich meine, was willst du machen, Dicke? Da musst du dich, glaube ich, drauf einlassen. Und einfach abwarten. Adon, mein erster Gedanke, als du den Hammer bekommen hast, rein da mit in den Monitor. Nicht dumm, das habe ich noch nicht probiert. Ja, versuche ich. Wo hatten wir noch was, Chad? Wir hatten noch irgendwo was. Ja, den können wir noch aufschreiben. Hier hatten wir noch was. 55078. 8020 hatten wir noch. Oder könnte auch 8200 sein. Wissen wir nicht genau. Da war noch ein Datum beim Tisch. Hier, das sieht auch nach super viel Info aus. 23.01.19.09.20. Ich glaube, das schreiben wir einfach mal noch auf. Aber ich glaube, die 9 ist gar nicht wichtig. Ich glaube, einfach nur das ist wichtig. Weil da sind auch diese Flügel drum. Hier steht halt Morse. Oben, unten. Was ist hier? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zelda, irgendwas. Hier ist ein Labyrinth. Warte mal. Oh, warte mal. Wir folgen dem Labyrinth. Oberes. Und dann? Warte mal. Du meinst, dass ich vielleicht was touchen muss, wo Everything steht? Da steht Everything. Könnte sein. Unendlich Zeichen. Warte mal. D-N-I als Morse-Code. Oh ja, ich verstehe, was du sagst. D-N-I als Morse-Code. D-N-I müssen wir übersetzen. Über Morse. Über das da. Also lang, kurz, kurz, lang, kurz, 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 kurz. Die Frage ist, wo geben wir das ein? Hat das, also, da steht ja Morse oben, unten. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass es entweder bedeutet irgendwie, hey, hier, das hier geht um Morse. Oder, das da ist wichtig für Morse und das da ist wichtig für Morse. Könnte ich mir auch vorstellen. Null ist kurz und eins ist lang. Ich weiß nicht, können wir da mehr als eine Sache eingeben? Das können wir mal tryen. Okay, lass uns das kurz aufschreiben. Also, es ist quasi lang, kurz, kurz. Lang, kurz, kurz, kurz. Oder in Zahlen 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Richtig? Unter dem digitalen Datum ist, glaube ich, ein Schlitz für die Deskette. Oh mein Gott, warte mal. Bro! Junge, let's fucking go. Hey Kevin und Chat, hat jemand schon mal Misesuppe gegessen? Wenn, ist die lecker? Bestellte gerade gefühlt für 50 Euro Omni vor mir. Ähm, ist was, was man mögen muss, finde ich, Misesuppe. Es ist halt auch so Tofu, glaube ich. Ähm, ich finde es persönlich sehr lecker. Aber es ist jetzt auch nicht meine Favorite-Suppe. Ähm, ja, die salz ich auf jeden Fall, genau. Ich glaube, viele Leute feiern die. Junge, let's go, Männer. Oh, gute Arbeit. Ich gehe ganz kurz auf Toilette. Also, geht's jetzt hier. Her2-R2 Im Labyrinth ist der eine Weg versperrt. Okay, I'm back. Great, thanks. Really helping. Sorry I took so long. What's the matter? Worried something might happen? Really? Like what? The Apocalypse? You gotta have an education to run this machine. Let's go. Yo, 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 yo. Alright. Okay, was ist passiert? Ich kann nichts drücken. No way. Was? Ich hab durch Pissen den Weg gefunden? Das Pissen hat mich weitergebracht? Da war ein Typ. Junge, was? Ich hab durch Pissen den Weg gefunden? oh. Ich hab durch Pissen. Ich hab durch Pissen. Oh mein Gott, so ein großer Call. Heftetrieb war der Omega Nude. What the fuck, Alter. Als du mit dem Blaulicht warst, war ihr wohl ein Sonnensystem. Wo, glaube ich, eine 3 angezeigt war? Wenn meine Vermutung aufgeht, soll das der dritte Planet unseres Sonnensystems sein. Und das wäre dann die Erde. Ja, das haben wir schon eingegeben, Erde. Das haben wir schon gelöst, ohne dass wir es wussten. Bruder, wir haben tatsächlich schon richtig viel gefunden. Digi, wie erreicht man dich aktuell? Heute Abend wieder auf meinem Handy, ansonsten bei Twitter. Schreibt mir bei Twitter, wenn was ist. Schreibt mir in die DM, Rätsmann. Was, wenn die Zahlen auf dem Tisch mit den Flügeln Buchstaben sind? Holste er da 1, B die 2 und so. Okay. Was, wenn die Zahlen auf dem Tisch mit den Flügeln Buchstaben sind? Also, A ist die 1, B die 2 und so weiter. Hm. Ich meine, das... Es könnte sein. Vielleicht 23 ist... Was ist der 23. Buchstabe von unserem... Es ist der Typ von vorhin? Okay, ähm... Ja, wie viele Buchstaben hat unser Alphabet-Chat? 26. Vielleicht hat der Typ recht. Was ist, wenn wir nochmal das Morse-Code machen müssen mit 3 Buchstaben? Und es ist der Buchstabe, der 23., der 1., der 19. Was ist der 23. Buchstabe, der 1., und was ist der 19. Chat? Übersetzt das kurz für mich. 23 ist W. 1 ist A. Und was ist die 19? S. Was? Was? Ah, scheiße, missklingt. Das Ding haben wir auch noch, übrigens. Okay. Ich kann... Ich kann das Morse-Ding nicht mehr greifen. Oh, das Morse-Ding ist vorbei. Ich kann das Morse-Ding nicht mehr nehmen, Jungs. Das Morse-Ding ist... Es ist over. Oder? Ist das ein Bug? Oder ist es gewollt? Okay, das hatten wir schon. Die neue Nummer anrufen. True. True. Meint er eigentlich die Zahlen, die noch zu sehen waren bei den Zahlen mit den Flügeln? Die drunter und drüber mit dem Schwarzlicht. Okay, ich weiß gerade nicht, welche du meinst, Digga. Aber wir gehen mit dem Schwarzlicht gleich nochmal ran. Digga, das Game ist so geil designt, Bruder. Wirklich, das ist insane. Okay, wir rufen jetzt die Telefonnummer... Warte mal, ähm... Wollen wir dieses Ding hier erst auch rausholen? Ja, ne? Äh, warte mal, wie hat man das nochmal rausgeholt? Wie hab ich das nochmal gemacht? Ah, ne, falsche Richtung. Nach links. Hä, war das nicht? Ah, ne, so. Okay. Wie haben wir nochmal das hier rausgefahren? Ah, 2001. Nee, 2001 war das. Wie haben wir nochmal das hier rausgefahren, Chef? Wie haben wir nochmal das rausgefahren? 1, 2, 4, 4? Ah, hier. Nein, 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 das war es nicht. Das war auch was anderes. Das war... Das war... Boah, Digga, ist das abfuckend. Ich muss immer alles neu machen. Holy shit. Ah! Oh mein Gott, imagine. This game Speedrun, alter. Holy shit. Okay. Au, was? Gelb, 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 gelb. Ne, das war das. Ähm. Das waren die Jukeboxfarben. Was war's? Rot, gelb, gelb, blau, oder? Let's go. So, okay. So, jetzt geben wir die Nummer ein. 6, 1, 1. 2, 3, 5. 8, 1, 3. Das wählt nicht. Das ist nicht erreichbar, die Nummer. Meinst du, es könnte daran liegen, dass ich rausgetippt habe? Nee, wa? Das erste war keine 6. Das war eine 0. Oh, meint ihr? 1, 2, 3. Dick, es geht irgendwann rein, wenn man 0 wählt. Einfach. Operator. Do you need an exit? Fibonacci-Folge? Dicker, das ist ne Fibonacci-Folge. 0, 1, 1, 2, 3, 5. Das sind immer die zwei Zahlen zusammertiert, ja? 0, 1, zusammertiert 1. 1, 1, zusammertiert 2. 2, 1, zusammertiert 3. 3, 2, zusammertiert 5. 5, 3, zusammertiert 8. 5, zusammertiert 13. Das ist ne Fibonacci-Folge. Ich kann, nachdem ich die 0 eingegeben hab, nichts anderes mehr eingeben hier. Das ist dann vorbei. Das heißt, das hat damit nichts zu tun. Die 0 klang so, als müsstest du aus dem Typen, das dem Typen geben, der reinkommt, wenn du nichts machst. Ja, der kommt aber nur, wenn ich noch wirklich nichts gemacht hab, Bro. Das heißt, wenn ich das Telefon raushol, dann kommt der nicht, glaub ich. Die 6 war ein Durchschnittszeichen. Ne, 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 das ist kein Zufall, Bro. Das ist ne Fibonacci-Folge. Okay, ähm, wir hatten auch noch das da, Jungs, das diese 3 Zeichen hier waren. Das war das und das und das. Weiß ja nicht, was das bedeutet. Ja, wir haben halt auch noch 666, genau. Versuch mal 666 zu telefonieren, haben wir schon. Da kommt nix. Ah, fuck, Dicker. Ich frag mich, wofür das ist. Wofür ist das? Fibonacci-Folge ohne das... Ohne das erste? Dass wir die Fibonacci-Folge weiterführen müssen? Und es ist ohne die 0, also... 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Also 8 plus 13. Könnte das sein? Also das, schaut. Das ist das, was wir gelesen haben. Okay, ups. Und die 0 geht nicht. Das heißt, was ist, wenn wir hier anfangen? Dann haben wir 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Weil 13 plus 8 ist 21. Und dann ist das ne Telefonnummer? Junge, wenn das funktioniert, sind wir fucking insane Genieses, Chat. Haben wir schon probiert. Das haben wir schon probiert, ja. Oder also schon alle ge-used. Oder was meinst du genau? Äh, nach rechts, ne? Hier können wir auch noch eine 7-stellige Zahl eingeben. Mit Nullen und Einsen. Das da hab ich auch schon probiert, ne? 0, 0, 1. 0, 1, 1, 0. Ja, das hab ich schon. Das haben wir schon, richtig? Ja, okay, das haben wir schon. Ist dir mal aufgefallen, dass das Labyrinth im Licht direkt über dem Feld ist? True. Das haben wir schon mit der Musik, das ist kein Zufall, dass sie sich ändert, sobald du ein paar Steps forward bist. Fuck, wir haben so viele Sachen gerade offen. Ich seh gar nicht mehr durch. Wir haben so viele Informationen gerade. Alter, das ist wirklich crazy. Okay, wir haben halt auch noch hier 2001, was wir eingeben können, dann öffnet sich das. Aber ich glaube, meint ihr das mit dem Schlüssel ist abgeschlossen? Ich hab das Gefühl, dieses 2001, dann öffnet sich hier dieses Textfeld, haben wir abgeschlossen einfach. Ja. Vielleicht noch Hammer auf Rot, ein Button wäre auch offensichtlich. Typ. Dude, what the fuck? Ey, ist das sowas, was so obvious ist, dass man auf dem roten Button den Hammer ballert? Ich denke, das Game ist so gut. Junge. Crazy. Das ist halt ein Ende. Oh mein Gott. Let's go. Was muss er in dem Game machen? Wir müssen in dem Game versuchen, alle Enden zu finden, die es gibt. Das sind die Enden quasi. Die weißen haben wir gefunden, die schwarzen sind noch offen. Oder man sieht es halt auch hier an den fehlenden Postern, aber da oben sind halt auch Sachen. Da steht ein Y. Ich weiß nicht. Grip your Hammer. Da fehlt ein Punkt. Nimm mal den Schraubenzieher und mach unten rechts. Wir haben halt auch eins, eins, eins. Das da. Ich glaube nicht, dass das geht. Oh, was? Ich könnte die Uhr kaputt machen. Das ist so schwer. Oh mein Gott. Green. Red. Yellow. Blue. Versuche das Papier am Boden in den Abfalleimer zu werfen. Oh mein Gott, DUDE. Das haben wir schon gemacht, Bro. Das haben wir schon gemacht, Bro. Okay, wir müssen jetzt Stück für Stück machen. Wir haben echt viel, was wir gerade machen können. Aber wir haben halt auch noch immer dieses Schwarzlichtzeug. Das haben wir halt auch noch. Ähm. Rot, Gelb, 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 Blau hatten wir noch. Jo, wenn das Game startet, liegt da ein roter Pass. Vielleicht kann man da drauf drücken. Mit dem haben wir auch schon was gemacht. Okay, ich denke, wir müssen nochmal... Was ist, wenn wir die Uhr zu einem bestimmten Zeitpunkt einschlagen müssen? Könnte das sein? 9.20 Uhr hatten wir. True. 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 Oh. Oh, shit. Oh mein Gott. Wo ist er 9? Das ist 9.20 Uhr, es hat einen Song gemacht. Das ist 6.00 Uhr. 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 Oh my fucking god. Oh my god, dude. Holy shit. Let's go. I jump. Oh my god. Du kannst auch das Wipe-Up mit der Schraubendreher aufmachen. Nee, glaube ich nicht. Oh my fucking god. Wenn du in die Zukunft gehst, stand beim Radio etwas. Okay, wir können nochmal in die Zukunft gehen dann. Jaja, ich habe auch das Gefühl, wir können die Diskette da einlegen. Das machen wir gleich. Ich will kurz das überprüfen. Oh, wir haben so viel Informationen, Jungs. Wenn du auf dem Kopf bist, einfach mit dem Schwarzlicht nochmal was schauen. Nee, das geht nicht, glaube ich. Da steht 972, so wie auch sonst. Mach dir kaputt und stell dir ein neues Datum ein. Dann kannst du wahrscheinlich nicht mehr mit der Zeit reisen. Ich weiß nicht, was du meinst. Als du das Keyboard draußen hattest, lief leise eine Melodie im Hintergrund. Ich denke, du sollst dir nachspielen. Denke ich auch. Denke ich auch. Okay, das Einlegen funktioniert auf jeden Fall nicht. Können wir hier irgendwas aufschrauben oder so? Das Ding ist halt, da steht BD1. BD1. Was ist das, Dicke? Mit Hammer rein. Da fehlen Ziffern. Ah ja, und da ein Buchstabe. True. Stimmt, stimmt. Das könnte sein. Oh, vielleicht da jetzt mit dem Schwarzlicht drüber? Nee. Hier steht 20 dran. Way out. Das sind Koordinaten für das NumPad. Junge, das wird sein. Sowas wie B4 ist dann B4. Ihr meint nicht dieses NumPad, oder? Ihr meint dieses Launchpad. Ja, auf jeden Fall, Dicke. Dicke, in dem Game steckt 10 mal mehr Liebe drin als in Age von Sion. Hier ist es halt auch unterbrochen. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat. Ba, 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 ba. Dicke, ich bin so überfordert. Ich weiß gar nicht, ob wir weitermachen sollen. Wir haben so viele Stellen, wo wir daran weiterarbeiten können. Okay. Wie haben wir nochmal das Musikfeld aufgemacht, Chat? Ach, scheiße. WTF, Alter? Meine Mosle hat gerade random geglitcht. Ich habe keine Ahnung von dem Game, aber würde gerne deinen Box streichen. Wie haben wir nochmal das Musikding gemacht, Jungs? Vielmal gelb? Nee, vielmal gelb war das. War es rot, gelb, gelb, blau? Nee, das war das. Vielmal gelb war das. Wie haben wir das hier aufgemacht? 3, 1, 2, 1. Nee. 1, 2, 4, 4 war es auch nicht. Schwarzlichter auf die vier Farbknöpfe für die Zahlenrechte hinter dem Whiteboard. Man wird eine 4 aufleuchten sehen, als du mit dem Schwarzlicht drüber bist. Das ist diese erste Melodie, die wir spielen sollen, oder? Es gibt zwei Melodien. Okay. Okay. 3 4 5 6 7 8 10 10 11 13 15 Was ist das? Ist das? Es fehlt noch eine Zahl. Fuck! So, jetzt haben wir es. Junge, let's go! Ich bin der smarteste fucking Mensch auf dem Planeten-Shirt. Oh mein Gott, let's go! Oh mein Gott! Geil! Okay, haben wir das auch gelöst. Boah, Dicker, uns fehlen nur noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Enden. Holy shit! Ey, Dicker, vielleicht gewinnt das Game Finishing-Shirt. Ich dachte ehrlich gesagt, das ist so ein Game, wo es impossible ist, ohne ein YouTube-Tutorial alles zu finishen. Aber ich könnte mir vorstellen, es ist possible. Okay. Ähm. Wir haben halt immer noch das hier, was ist das? Schwarzlicht auf die Farben. Ich weiß, wie du es meinst. 1, 2, 4, 4 haben wir schon eingegeben, dann ist es zu Ende. Ähm. Ja, wir haben halt noch ein Datum und wir haben das mit der Telefonnummer, wir können das mit der Telefonnummer einmal tryen. Also du Pepega, du hast unten am Tisch ein Feld für ein Datum. Gib doch das eine ein welches du vorher aufgeschrieben hast. Also du Pepega. Man, ich kann keinen fucking Datum eingeben, da wäre ich auch schon fast drauf gekommen. Danke. Ähm. Was war in der Code hierfür nochmal ein Chat? Ich glaube es war rot, gelb, gelb, blau, ne? Ja. Okay. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1, 3, 2, 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 16, 20, 17, 15, 20, 18, 20, 25, 25, 25, 25, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 26,. Please check the number and dial again. Nee. Das ist eine Zahl zu viel, Child. Und null kann ich nicht eingeben. Oder warte mal, vielleicht kann ich aber weitertippen. Operator. Nee, nee das legt direkt auf. Operator. Den eingesperrten Hamster mit dem Schwarzlicht anleuchten. Dicker, vielleicht, dass der geblendet wird, oder so? Vielleicht die Fibonacci-Folge in das Zahlen-Pad eingeben. In welches Zahlen-Pad? Wir haben nirgendwo eine Acht. Achso, ne, du siehst halt hier immer, welchen Kopf wir hier eingeben können. Ist die Unis mit den drei Zeigern hinter dem Whiteboard synchron? Ist die Unis mit den drei Zeigern hinter dem Whiteboard synchron? Oh mein Gott! Das kann sein, und wir müssen den Jungen einschlagen, um dann das Shit zu ändern. Dicker, oh mein Gott! Junge, du bist ein fucking Genie, Alter! Warte, warum ist das noch nicht grün? Achso, warte mal, das ist glaube ich so ne Reihenfolge, also müssen wir erstmal das zweite hinten. Okay, warte mal. Warum ist das noch nicht grün? Muss ich vielleicht nicht in die Richtung von dem Grün zeigen? Genauer? Es gibt halt hier nur dieses oder dieses. Oh mein Gott! Ähm... Ähm... Äh... Ich weiß nicht, was wir damit machen. Morse Code? Gen too complicated. Penis stuck in Toaster. Weiß ich nicht, Dicker. Weiß ich nicht, Dicker. Weiß ich nicht, Dicker. Launchpad denke ich auch nicht. Ähm... Ähm... In den Drucker? Ähm... Können wir das irgendwo bei der Jukebox reinmachen oder so? Wofür könnte das sein? Ich check's nicht, das ist binär. Ja... Also denkt ihr, es sind 1 und 0 und rot ist 1 und ähm... Ähm... Blau, äh... Weiß ist 0 oder wie? Dann wär's... Deswegen ist halt, hier können wir halt nur einen siebenstelligen Code eingeben. Wo können wir so lange einen Code eingeben? Die Tasten am Drucker? Nee... Vielleicht, jemand meinte gerade die Tasten auf dem Numpad hier. Vielleicht, dass es gar nicht bedeutet 1, 0, 0, sondern quasi... Von 4 Tasten die linke, von 4 Tasten die dritte, von 4 Tasten die mittlere und die rechte. Von 4 Tasten die erste, die zweite, die dritte nicht, die vierte. So mäßig. Es ist eine andere Melodie, höre mal richtig hin. Ich hab die Melodie schon geknackt, Bro. Oder muss ich vielleicht einfach finishen gerade? Nee... Okay, perfekt, alles umsonst, Pogjump. Sehen mal. Ich hab die Melodie schon... Ich hab die Melodie schon... Ich hab sie aus. Da war guiert das ja. Ich hab die Melodie schon... Der Wenn wurde so ein paar Mange, dann... Und du kannst das ja auch ein Beinein. Und du kannst du, sehr gut hin. Boah, Junge, das ist so gottäm schwer, Männer. Fuck, ich dachte, das war so. Okay, ich bin schon ein halbes Jahr gebannt. Äh, ja, ich bin ein paar nicht. Bitte mach keine Scheiße, danke. Ähm, okay, mein Gefühl sagt irgendwie, wir sollen das hier irgendwo reinschieben. Aber die Frage ist, wo? Ähm, weil es ist auch so, dass wir sowas wie dieses Fach hier aufmachen müssen. Und dann bekommen wir irgendwas, wo wir es reinmachen können. Oder hier die Zeitmaschine, ja, das könnte sein. Nee, aber gute Call. Ähm. Ne, wirklich, höre mal richtig hin, wenn du die Melody eingetippt hast. Die endet sich, muss nur genau hinhören. Meint ihr, es gibt zwei Melodien. Meint ihr, eine andere Melodie ist vielleicht auch noch möglich? Könnte sein, ja. Ähm, wie haben wir nochmal dieses Melodiefeld aufgemacht, Jungs? So, ne, genau. Okay, das machen wir hin. Das ist die erste. Hast du dich schon mal mit der UV-Lamper umgeschaut? Okay, jetzt kommt die zweite Melodie. Kaufst du die Box von BHC? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nee, 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 nee. Ich glaube, das habe ich richtig gemacht, oder? Okay, schade. Habe ich was richtig gemacht, glaube ich. Okay, ist es richtig? Ist es auf jeden Fall richtig, was ich gemacht habe? Ich glaube, es geht nicht mehr. Ich glaube, es ging nur die eine Melodie. Ähm. Nee, ich glaube nicht. Nein, Bro. War falsch. Die erste Zahl ist drei? Nein, 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 nein. Okay, okay. Nicht das. Jetzt. Jetzt. Ich kann drei probieren, aber es ist niemals richtig. Nee. Oh, ihr meint es zweimal dreimal anfangen? Dass der Ton so ist? Ah, es könnte sein. Nee, 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 nee. Meins war schon richtig, Jungs. Jetzt kommt der zweite. Ich glaube, das ist fast derselbe wie der hier. Nee, nee. Ich glaube, das haben wir. Ich glaube, das haben wir. Samy, du bist gefeuert. Ähm. Schau mal unten, wo du in die Zukunft reisen kannst. Da ist ein Schlitz. Ja, da haben wir die Diskette schon reingemacht. Das haben wir schon gemacht. Okay, Christian, wo können wir noch weiter... Was ist noch was, wo wir weitermachen können? Wir haben halt das da. Ha, scheiße, Dude. Ähm. Also nochmal, nimm bitte mal das Schwarzlicht und leuchte den Bereich aus mit dem Datum und die Flügel. Die Zahlen, die zu sehen sind, drunter und drüber ergeben will, dass erste schon entziffern können und das heißt Deciphering. Okay, ja, können wir mal tryen. Schwarzlicht können wir mal tryen, einmal. Du hast oben rechts die vier Buttons, rot, blau, gelb, grün. Du hast vier Zahlen an dem Ding, wo du die Zeige eingestellt hast, oben rechts. Geh mal mit dem Schwarzlicht über die vier Buttons, um zu schauen, wie die vier Zahlen-Buchstaben-Kombinationen vollständig sind. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Also wir haben halt hier eine vier stehen. Und wenn ich mich nicht täusche, ist ein Button hier auch heller. Ah, das schon. Okay. Wir haben halt auch immer noch das Labyrinth hier. Was genau meinte der eine Guy hiermit? Nimm mal das Schwarzlicht und leuchte den Bereich aus mit dem Datum und die Flügel. Die Zahlen, die zu sehen sind, drunter und drüber geben Wörter. Habe das erste schon in den Ziffern können. Du, das hat das komplette Ding... ...in Texas. Das wäre crazy. Keine Ahnung. Ich kann mir das nicht vorstellen. A, B, C, D, E, C, A, B, C, D, E, F, G, H, I, D. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Oder? Ist das der 60e Q? A, B, C, D, E, F, G, H. Was ist P? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, F, 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 I jetzt haben wir waren bei neuen richtig die pfeiffering it 23 19 w das war einmal die cyphering in wars c o chp schießt aber die süd chile und stadt die beste zeit zum g-shit s zu dem g as luck mothafuck aufm bach lockert easy 25 completely deciphering it was completely 5 ich werde da kommt jetzt entschlüsseln ist kommt also komplett useless also komplett meinungslos 100% ich oh mein fucking god hoffe ich störe nicht viel spaß beim spiel noch lg nick oh mein gott das ist so dumm das ist so dumm das ist so dumm das ist so dumm ich bin so bist du du hattest doch rechts hinter dem schild dieses blatt mit den weiß roten buttons pro buttons links oben rot links unten weiß dass das weiß ist und das ist quasi anders und das hier ist rot und das ist weiß es ist die bro der der ron danke für 100 euro die vielen dank für den support ich danke man da alles den channel support dass ich habe das waren und stadt dick ist papa entscheidend für den mann danke bro viel liebe in den schad jungs Big Kisses, Jungs Big Kisses, Bro Vielleicht ist das hier Die Fibonacci-Folge Und das hier ist ja auch so Fibonacci-Shit von Fibonacci Malte, es ist vielleicht Null durchgestrichen, dass wir 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 irgendwo brauchen Vielleicht jetzt nicht bei der Telefonnummer Aber vielleicht irgendwo anders Könnte sein, oder? Äh, Bro Jungs, what the fuck, Alter Danke für 20 Sub-Gifts Insane, no joke Ähm, vielen Danken Dickes Papelentscheidung Ich checke es ja mal null Ich sitze hier und gucke dir zu Und bin komplett überfordert Meine Augen tun wegen den Zahlen Schon komplett weh Ach, aber danke Jetzt weiß ich, wie das Alphabet geht Viels nicht Okay Was ist, wenn es ist Rot Weiß Rot Rot Vielleicht muss man es trotzdem durchziehen Rot 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 Weiß Rot Weiß Rot Rot Weiß Rot 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 Ah, oben war Rot Ah, scheiße Okay Okay Wenn das klappt Sind wir fucking geniuses Chat Okay Obwies Wir sind jetzt nicht Ähm Boah, ist das schwer, Alter Dicker Dass es vielleicht bedeuten soll Zwei, vier Zwei, zwei Vier Drei, vier Oder so Nee, oder? Die Karte über den Hamster Nee, 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 nee Da geht nichts Dicker, wofür ist dieses Dieses Ding da Wofür ist das Ich check's nicht Wegen der Zahlenfolge Mit dem Durchschnittszeichen Das Durchschnittssymbol Ist auch auf der Tafel Genau dahinter Aber in Rot Zu sehen Man muss da was Ausrechnen Du, das ist nicht das Durchschnittszeichen Wenn du das denkst Das ist das, was du denkst Das ist nicht das Durchschnittszeichen, Bro Das ist ein Was ist das? Ein römischer Buchstabe I don't know Vieh oder so Griechischer Meine ich nicht Römisch Döner Wann genau, Dicker Was geht ab Meine Jonges Boah Gerade sind wir Das ist leider Stuck, Jungs Wenn du die Taschendampe benutzt Erscheint das Wort Morse Das du wie erst Eingehen kannst Ähm Wenn du die Taschendampe benutzt Entscheid das Wort Morse Ja Aber Das bedeutet Dass wir das Morsen sollten Das sollten wir Zum Morsen Usen Das haben wir Auch schon gemacht Da steht noch Ender Ich weiß nicht Ob das irgendwas Wichtiges ist Wie haben wir nochmal Das hier aufgemacht Jungs Kannst du mit dem Hammer Den Hebel wieder rausholen Um ihn in die andere Richtung Zu klappen Warte Wir haben es nach links gemacht Ah ja genau So Pop 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 Okay So dann haben wir hier 2001 eingegeben Dann kam das Okay was ist wenn wir mal Morse probieren 1 2 4 8 Und rechne um in die richtige Zahl Um und gib sie im Ziffern für dein Morsen Morsen können wir hier nicht eingeben Ah gerne Bleib dir treu Brugy Du Minus Steuer bleibt ja leider Nicht so viel übrig für dich LG Nick Ähm Bro Also Ich meine Steuern zahlen muss jeder von uns Decker Da bleibt dann doch noch genug übrig Glaube ich Ey dog Dank für 200 Euro Dick ist Papa Entscheidend Ich bin jetzt drei Jahre in einer Fernbeziehung Und sie ist GTAP Süchtig Sie vernachlässigt mich total Sie verbringt lieber Zeit Und schreibt lieber mit den Guys aus GTAP Ich raffe es nicht Für mich hat sie null Zeit Soll ich sie einfach passen Also Erstmal danke für die 200 Euro Der Error Dick ist Papa Ein Chef mit dem Boy Und das ist super fucking strange Digger Digger Ich weiß nicht ob ich den Girl daten könnte Was die ganze GTA Roleplay spielt Bro Du weißt was ich mein Bei Ticket Links Ist das maybe ein Code In jeder Reihe pro roten Punkt Eine Zahl Ich meine einmal rot gleich 1 Zweimal rot gleich 2 Und dreimal rot gleich 3 Du meinst quasi einfach 3 2 3 1 3 1 Das sind 6 Zahlen Hat das rot weiß Was mit der LED Leiste über dem Schwarzlicht zu tun? Ich weiß nicht was du meinst Dog Bro du musst ja nicht die Ditschen Aber sprich es halt an Wenn sie sagt Hey Kann man dir eigentlich ein Scherzen schicken? Ist Handmade bestickt und aufgenäht? Äh ja an meine Postfachadresse Einfach ausruhe Soll ich ein Postfach Boah fuck dude Ich ähm Der Kippschalter ist halt auch so Den haben wir noch gar nicht gejustet Ne? Dieses Teil ist binär Also die erste Zahl ist eine 11 Die erste Zahl ist eine 11 Ach so Oh ich verstehe was er meint Der Kassler hat mich gerade so krass Ich bin jetzt schon seit über einem halben Jahr gebannt Und würde mich echt freuen Wenn das gehen würde Ich hab mal nicht Bro Ist fein Dein Namen gibt's nicht Dank für die 5 Woche Du Gesichtsmansch Ich hab ein Minus 5 Oh er wurde entbunt Er wurde entbunt OMG mit Skiff Ich hasse mein Leben Ich hasse mein Leben Ich hasse mein Leben so sehr Ich komm nicht weiter Ficky fucky Ich würde ja helfen Aber bin leider dumm Jumi Ficky fucko Ficko Okay Entweder ist es binär 1 2 4 8 Oder es ist binär 0 1 2 4 Okay Ich hab nämlich nicht das Gefühl Dass wir jetzt hier irgendwas binär machen müssten Das sieht mir aus Als müssen wir das irgendwo reinschieben Okay Wir haben halt immer noch das große Rätsel Dieses Ding hier links Dieses verfickte Launchpad Wenn du das Schwarzlicht anmachst Dann ist er der Code mit den Flügeln Gib diesen Code ein Vielleicht öffnet sich das Teil auf dem Board Das aussieht wie goldene Flügel Das Vielleicht öffnet sich das Teil auf dem Board Oh Das sind die goldenen Flügel Und das ist der Code in den Flügeln Aber wo können wir einen 5-stelligen Code eingeben Beim Datum Hier kann ich nichts eingeben Ich hab auch das Gefühl Weil das sieht halt auch aus wie ein Datum Aber ich kann hier nichts eingeben Wenn ich hier nach rechts gehe Dann Das ist eine Zeitmaschine Telefon eigentlich auch nicht Ne Pfeil ganz am Anfang Oh Drück mal random Knöpfe auf dem Launchpad Vielleicht geht ein Skrillex-Song an Dude Ich weiß nicht ganz Halte ich nicht so viel wahrscheinlich Andere Karte Schreiben Leute Aber ich verstehe nicht was mit andere Karte gemeint ist Die Karte ist immer anders oder? Hat sich geändert als du die Zeit geändert hast Warte mal was? Okay Du kannst 5 Punkte wählen Also das Pentagramm aufs Panel So mäßig? Glaube ich nicht Aber hey Es fehlen ja nur noch 10 Denke es ist possible Das Game zu Finishing Fields Denkt man Ja wir haben auch noch das da Boah ich bin so impossible Ähm Bei dem Ticket sind niemals 4 rote Punkte Versucht mal von oben nach unten Oder an der Front Die Anzahl der roten Punkte Bei den römischen Ziffern in der Mitte einzugeben Um Um But then A very peculiar thing happened It was at this point The computer screen showed a new message Wait what Well And that's When the extra Holy shit And then More buttons And then More buttons And then Even more buttons Until at last There were so many buttons Depressed That Stanley wasn't sure He could press them all Dicker Stanley Parable Das ist auch ein Game Was wir gesagt haben Wollte nur kurz Meine Streaming Gebühr bezahlen Und mich für den guten Content Bedanken Wie der PayPotBeat Chat Ihr seid alle toll Kleiner als drei Du hast es geschafft Stanley Oh mein Gott Dope Okay geil Jungs Jetzt werden uns noch neun enden Oh mein Gott Weil dieses ganze Resetten hintereinander War auch bei Stanley so oder Dass man da üblich auch Resettet hat oder so War das nicht irgendwie so Dicker sick 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 So geil Bro Papatastisch hat mal wieder Viel zu viel Geld Da gelassen Bruder Ich küsse deine Augen Dicker Danke für 37 Euro Bro Dickes Papal Entscheidungs Die Ordner sind umgefallen Gerade Ja Ich glaube nicht Dass das so bedeuten hat Männer Vielleicht den Knopf Gedrückt halten Geht nicht Ah perfekt Dicker Jetzt muss ich alles nochmal machen Top Habt ihr gesehen mit wie viel Freude Quentin mit dem Hammer auf ungefähr alles haut? Uns die Foltergeschichten aus dem Po sollen erfunden sein So dumm Kevin für das Spiel muss man schlau sein Spiel was anderes Wofür ist der Button Bro? Für das eine Ende Das hast du schon Ich war gerade 40 Minuten weg Habe Domo geschwengert Und du bist immer noch an der gleichen Stelle Papal Die Telefone haben wir schon Wir müssen diese Dinger hier aufbekommen Werde ich jetzt auch fein Weil ich einen Crush auf dich habe? Papal Kappa Danke Bro Ähm Okay wir haben hier eine Zeitmaschine Ich meine beim Ticket rechts sind es 6 Reihen Ja Man muss 6 Zahlen bei den römischen Ziffern eingeben Wenn 1 roter Punkt in einer Reihe ist Ja okay ich verstehe was du sagst Wenn 2 in einer Reihe sind minus größer als römische 2 etc 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 Okay also du meinst quasi dass wir 1 2 2 1 3 3 eingeben Die Knöpfe oben links haben dieselbe Farben wie die Lichter bei der Maschine rechts neben dir Das Ding ist es ist immer random Es ist immer eine andere Reihenfolge Es ist immer eine andere Reihenfolge Ich weiß nicht ob das logisch ist Aber mach doch mal alles auf Auf was es irgendwie möglich ist Damit du einen Überblick hast Der Hamster existiert schließlich auch noch Wir haben noch den Hamster Das ist echt schon ein guter Call Den Bastard hier unten haben wir auch noch Aber ansonsten habe ich alles offen Das Ding ist das ist ja halt 100%ig irgendwas was wir hier machen sollen Dann haben wir da noch dieses Schloss Das nervt mich auch die ganze Zeit Hammer gegen Scheibe habe ich alles schon probiert Ich habe so das Gefühl wir müssen ihm irgendwie Angst machen dem Scheiß Hamster Meinung zum Rindfleisch Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz Was zum Fick du Mit Schwarzicht haben wir schon versucht Das Radio ist auch noch mega sass Bei den drei Minuten rechts sind Koordinaten wie bei Schiffe versenken Probiert es beim Launchpad Als Buchstaben gleich Reihe längs und Zahlen sind die Queerreihe Das haben wir halt auch noch hier Vielleicht dass das hier irgendein Tipp ist D1 wäre dann ja quasi das D7 wäre 1,2,3,4,5,6,7 Dann haben wir noch 4 und Hey der Typ mit dem Ticket call nochmal Lulph maybe wasted money Aber versucht Lutaktik nochmal von unten nach oben Rechts das Dreieck zeigt ja auch nach oben Nee glaube ich nicht dicker 3,3,1,2,2,1 Die kann man sich nicht in die Runde Ich denke ich weiß Du bist nicht die roten Knöpfe der Karten auf dem Pinpad irgendwie nachbauen Ist doch rot wenn du das Bett Dude Wut The Fick Junge, was zum Flying-Fuck? Okay, das ist aber nice. Oh mein Gott, guter Call, I guess. Okay, uns fehlen noch acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht enden, dann haben wir es. Oh mein Gott, ich will es so gern durchspielen. Dicker, ich bin so fucking pumped, es durchzuspielen, Männer. Rechts neben dem Hamster kannst du, denke ich, noch den Kasten aufschrauben. Nee, nee, nee. Das habe ich alles probiert. Okay. Wir sind uns relativ sicher, dass wir das jetzt abgeschlossen haben hier, oder? Das Ding ist durch. Auf dem Woodboard ist ein Hinweis zum Hamster. Glaube ich nicht. Nein, ich denke schon, ehrlich gesagt. Also, ach so, nee, wir haben noch dieses D-Ding. True. True, 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 diese Koordinaten. Ja, 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 ihr habt recht. Schloss aufschlagen haben wir auch schon probiert. Okay. Okay. Meint, wir müssen noch mal mit dem... Wir haben immer noch... Ja, wir haben noch die Zahl von dem... Von der Schlange. 8, 2, 0, 0. Oder, 8, 2, 0, 2. Äh, nee, wait. 8, 0, 2, 0. Let's go. Okay. 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 Was kann man hier machen? Papierball rein? Nee. Es sieht halt aus wie so Morse, aber wenn ich reindrücke, geht es jetzt wieder raus. Ich kann nicht lange drücken. Muss man probiert haben. Kannst du nicht den rot-weißen Zettel bei der Musikbox reinmachen? Nein. Bei dem gelben Schlitz. Mh, mh. Das ist kein Schlitz-Dingy. Vielleicht im Rhythmus? Nee. Hörer drauf. Geht auch nicht. Das haben wir schon gemacht. Klebezettel auf dem Weitbord links von dir an. Das Ding ist, wir können nicht mit dem Schwarzlicht drüber gehen, weil wir können das nur aufmachen, wenn das Schwarzlicht nicht da ist. Das geht nicht. Die Klebezettel haben wir uns auch schon angeguckt. Da ist ein Dino. Das hat irgendwas mit einem Dino zu tun. Ein Dino-Rar-Shitter. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwie dieses Radio manipulieren müssen, damit es dann Rarer macht und dann erschickt der sich und drückt den Knopf. Irgendwie so. Unter dem Telefon ist ein Zettel. Hinter dir an den Spinden kannst du die kleinen Kopferplatten abschrauben. Die Uhren rechts stellen sich mit den Uhr links ein. Den Lüftungsschacht kannst, glaube ich, auch aufschrauben. Ich glaube nicht, dass man das da aufschrauben kann. Nee, nee. Kannst du irgendwas mit der Schlange hinter dir machen? Den Lüftungsschacht? Ich glaube auch nicht, dass man den Lüftungsschacht aufschrauben kann, Bro. Nee, ich glaube auch nicht, dass man irgendwas mit der Schlange machen kann. Schraub mal den Kabelkasten unter dem Monitor rechts auf. Meinst du das? Okay. Könntest du nicht einfach den Stream ausmachen? Oh falscher Streamer. Sorry, es ist mir lebt. Okay, was hat das gemacht? Da jetzt mal mit Schwarzlicht drüber. Ist das smart? Haben wir hier eigentlich noch irgendwas übersehen? Es gibt am Anfang diesen, ähm... Schaut, es gab das, dann gab es das. Das hatten wir schon, ne? Dann kann man noch nicht mehr mehr machen. D4, D1, D7, F4. Bro, nicht einfach spoilern, das ist Müll. Brauchen wir Schwarzlicht? Nee, ne? Doch. Okay, jetzt dreht sich das Ding und da steht nix. Oh cool, let's go. Bei den Buttons unter Don't-Store ist, drück da mal oben rechts, unten rechts, unten rechts. Wofür ist das? Wofür ist das? Wofür ist das? Und nein, ich meine nicht links. Mach mal bitte genauso, auch wenn du denkst, bringt nichts. Okay, wir machen nochmal alles auf. Tja, wie haben wir nochmal das Ding hier aufgemacht? Du kannst den Hamster erschrecken, indem du ihm deinen Rißentschlung in den Rachen steckst. Wie haben wir das nochmal aufgemacht, Jungs? Das hab ich vergessen. Ah ja. Oh. Okay. Fibonacci. Mit der Null am Anfang. Ja, Mann. Let's go, du. Okay, Männer. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Enden fehlen uns mal. Boah, Dicker, das ist so machbar. Holy shit. Oh mein Gott, let's go, Dicker. Ultra gut. Äh, wie macht man die nochmal auf hier, die Dinger? Ah ja. So. So. Wofür kann das hier sein? Es wird für mich so, als müssten wir da erst irgendwas reinmachen. Geht's euch auch so? Dino-Zettel auf Hamster? Den können wir nicht nehmen. Ne Papierkugel da reinmachen, hab ich auch schon probiert, das geht nicht. Weiß ich, ob es eine spezielle sein muss, aber ich glaube nicht. Vielleicht müssen wir den Hamster draufsetzen, die fette Sau. Ich weiß nicht, irgendwie hab ich das Gefühl, wir können auch hier hinten noch Dinge machen. Warte mal. Also wir haben noch das Ding hier. Wir haben das Launchpad. Vergierst du das frei, könnte eine Variable sein und du musst die Queersumme in die Gleichung der Hände einfügen. E Punkt 2. Das Ding neben dem gelben Button sieht aus, als müsste da ein Diamant rein von Muster her. Ja. In den Papierknölls, da liegt noch einer unterm Tisch. Das hab ich alles gemacht mit den Papierknöllen. Öffne einfach die Tür und zieh durch. Ja, das funktioniert nicht. Ah, fuck. Wollen wir nochmal mit dem Schwarzlicht drüber gehen? Okay, die große Frage ist, Chad, wo zum Fick kriegen wir diese Schnipsel her? Gibt's die irgendwo? Vielleicht hängen die irgendwo, wir müssen die nur finden oder so. Dann haben wir auch noch da die Smiley-Sticker, die haben wir auch noch. Hast du schon versucht, quasi einen Stern in das Launchpad zu machen? Auf dem Schild rechts von dir sind auch Sterne. Ich glaube nicht, dass die ohne Grund da sind. Auf dem Schild rechts von mir sind Sterne. Ich weiß nicht, was du meinst. Sind wir mit Schwarzlicht hier schon drüber gegangen? Ja, ne? Ich glaube, das haben wir schon gemacht. Boah, fuck, dicker. Mach mal Reset und klick nur einmal auf den Knopf. Da ist so ein komischer Pfeil neben dem Knopf. Das haben wir schon gemacht. Der Sterbeer, den haben wir auch schon benutzt. Ähm... Okay. Das vorhin war kein Spoiler. Ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Aber wenn du die Koordinaten an der Wand zu einem symmetrischen Symbol zusammenfügen möchtest, kommen diese Koordinaten raus. Wie? Zu einem symmetrischen Symbol? Ach so. Okay, warte mal. Also D1 ist das. D7 ist das. Dann haben wir noch B irgendwas. Das ist hier. Und dann haben wir noch 4. Also irgendwas... Oh, wait. Db ist hier irgendwo in dieser Reihe. Und dann haben wir noch 4. Das ist irgendwas hier. B4, F4. A, B, C, D, E, F4. Ja, das ist das, was ich überlegt hatte. Also so quasi, ne? Die Frage ist dann, was ist das vierte? Das ist es nicht, Dicke. Und dann haben wir auch noch die Scheiße. Fuck, Dicke. Ähm... Hast du schon versucht, quasi einen Stern in das Launchpad zu machen? Ja. Restat mal bitte. Quasi so, ne? Sie mit dem Schwarzlicht über das Feld, wo Morsi draufsteht, und vergleich die Zeichen, die hinter dir oben rechts mit dem Schwarzlicht am Lüftungsschacht stehen. Okay. Mit welchen? Oben am Lüftungsschacht. Das ist das Zeichen. Ansonsten gibt es... Touch everything. Das steht hier auch nochmal dran. Warte mal. Das stand hier dran. Da könnten wir das aufschrauben. Vielleicht können wir das auch aufschrauben. Okay, warte. Vielleicht auch schlagen? Okay, warum steht an dem Schacht... Touch everything. Das ist doch kein Zufall. Das ist doch ein Hinweis, oder? Das seht ihr auch so, Jungs. Und dann steht da noch so... Way out. Touch everything. Touch everything. Vielleicht ohne irgendwas anfassen? Nee. Kannst du das goldene Shisha-Kopfkamin eventuell gedrückt halten? Nein, kann man nicht. Das kann ich nur einmal reindrücken. Okay, was haben wir noch? Wir haben dieses Labyrinth hier, wo wir immer noch nicht rausgefunden haben, worum es geht. Wenn man diesen Punkt vollkommt, man da hin. Keine Ahnung. Den Text haben wir an irgendein Schlüssel. Das kommt dann raus, dass das komplett unnütz ist. Dann haben wir hier diese vier mit dem Punkt. Und das ist irgendwie heller als das. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber not sure. Obwohl, doch. Das ist, glaube ich, ein Zufall. Das ist einfach nur wegen den Farben. Doch, doch, doch. Das ist ein Zufall. Ich meine den Stern so groß wie möglich. Wenn es nicht klappt, gewastet. Okay, was ist das hier? Er hat sogar einen Screenshot mitgeschickt. Nee, Dicker. Das ist nicht der größte Stern. Ich try es gleich, aber ich glaube nicht. Ah! Sorry, kurz einen Anfall bekommen. Okay, das wäre also dann so. Ah, fuck. Dude, no fucking way. Das ist genau das, was ich als erstes probiert habe. Nur es war ein bisschen anders. Dude, let's go. Das sind jetzt doch Teile der Symbole jeweils auf dem Lüftungsschacht wieder. Okay. Freunde, es sind nur noch sechs Enden, die wir finden müssen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir kommen dem Ende immer näher. Okay, aber wofür genau ist dann dieses B-Ding da? Das scheint dann nicht dafür zu sein, oder? Da mein Tipp nicht hilfreich war, würde ich nun gerne die drei Euro zurückbekommen. Den Tippe-Beleg habe ich noch kein. Okay, wir machen nochmal alles auf und gucken uns nochmal alles an. Der Bastard-Hamster, Junge. Der nervt mich. Mit dem müssen wir auch irgendwas machen. Bro sucht die Zahlen mit dem Schwarzlicht, oder? Bei W-Out ist ein H erst davor. Rechts an dem Poste ist eine dritten und auf dem Knopf eine vier. Ja, und das ist nur zwei. Also vielleicht eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier oder so. Aber was soll das bedeuten? Da rennt ein Hamster raus, wenn du es aufmachst. Ja, aber den kann ich nicht catchen. Puh. Dicke, das ist so tricky. Ähm... Okay. Denkt ihr... Denkt ihr, das Launchpad ist nochmal gut? Hast du jemals versucht, den ersten Hamster zu fangen? Drei halt mal. Ja. Ich habe jetzt alles aufgebaut, Dicke. Jetzt ist es nochmal zu try and be a dumb. Am Automaten sind oben auch noch Farben. Die haben wir schon geused. Das ist... Das da. Du, das meiste habe ich selber rausgefunden. Das Keyboard mit der Melodie haben wir gemacht. Vielleicht ist es irgendwas hier mit nochmal. Ich meine, da waren diese Zeichen drauf. Okay, warte. Ich habe noch eine Idee. Okay, ich glaube, die Idee hat Potential, Männer. Was ist, wenn... Ne, meine Idee ist scheiße. Okay, warte mal. Also, wir haben da eine 1. Da eine 3. Da eine... Okay, das ist ein eigener Code. Den haben wir schon geused. Den Code haben wir noch nicht geused. 5, 5, 0, 7, 8. Das haben wir noch gar nicht gebraucht. Guck mal, das ist dumm. Meint ihr, das ist eine 1 oder meint ihr, das ist ein Pfeil? Es ist eher ein Pfeil, oder? Weil das ist, glaube ich, da so... Was ist das hier? Drei? Mach mal Alarm, wenn du das Kästchen aufnachst mit dem Hamster. Du, das ist nicht dumm. Okay, wir versuchen einmal, den Hamster zu fangen. Ich weiß nicht, ich kann ihn halt erschlagen, oder so. Ne, juck den Kackhamster nicht, Dicker. Puh, okay, wir machen noch mal alles auf. Okay. Ich glaube nicht mal der... Achso, die 3 war wegen Earth. True. Du hast echt kein Leben, Brokos. Okay, true, true, true. Boah, Junge, das ist gerade Tacht, Männer. Das Ding ist, wir haben halt schon fast alles gemacht. Okay, ich fühle irgendwie, dass wir das hier manipulieren müssen. Und dann irgendwie 4. April 2001 eingehen müssen. Auf der anderen Seite haben wir 2001 auch schon gejustet. Telefon mal 666 oder 078 eingeben. Haben wir auch alles schon gemacht. Die 66 haben wir auch schon gejustet für das da. Oben auf der Musikbox sind Bruchordner in den Farben der 4 Tasten dreimal die Tasten anhand den Farben zu drücken. Mit Schwarzlichter drüber? Mit Schwarzlichter drüber, oder? Oh mein Gott, Jungs. Wir haben was Neues. Dann bekommt sein 3M Käfig Todesangst. Nice, das ist überhaupt nichts. Let's go, dude. Okay, da ist ein trauriger Smiley. Hast du denn jetzt mittlerweile schon mal die Pfeile aus dem Drucker links oben am Tisch angegeben? Ja. Okay, wir machen noch mal alles auf, Dicker. Dass einer Ende muss etwas mit Dormut zutun haben, dass Ehemutter auf den Balken kippt das Lean in die Farbenthal. Zu unlöslich. Ich verstehe nicht, was dieses Touch Everything bedeutet hier. Hold your breath. Way out. What is the TPS Report? Study. Dann ist da ein Endlichkeitszeichen mit irgendwie so einer Art Drache. Digga, diese Zeichen, ich weiß nicht. Die Zeichen gibt es halt auch da. So, kind of. Was ist das tricky gerade? Ich weiß nicht, welchen Pfeil du meinst, Dicker. Wir haben halt auch immer noch einen fünfstelligen Code 55078 oder ist es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Telefonnummer? Bro, die Karten, die rechts auf den Gerät kommen, das hinter der Tafel ist, kannst du die roten Knöpfe auf der Karte nicht mit den roten Knöpfen in der Pippet nachdrücken? Nein. Glaube ich nicht. Das haben wir auch schon geused. Ähm... Okay, wir probieren mal diese Telefone mal anzurufen. Was war's? 5, 5? 5, 5? 3, 7, 0. 5, 5, 3, 7, 0, 0. 0, 7, 8. Das große Problem ist halt, wir haben jetzt halt inzwischen so viele Dinge, wo wir Sachen machen können, Alter, dass ich so geistig überfordert bin. Wenn auf dem Lüftungsschacht steht, Dornbrit und Touch-Erpressing, musst du irgendwas mit dem Schacht machen. Ja. Bleib da dran. Ja, oder bin ich auch der Meinung. Aber... Aber was? Was willst du mit dem Schacht machen, Bro? 553.778.778 in das Tastenfeld eingeben. Vielleicht erschreckt sich dann der Hamster, weil was aus dem Schrank fällt. Ist das zufällig ein Spoiler? Das klingt so leider nicht so. Mal in die Vergangenheit zureisen und dann das Radio anzumachen, während du den Haster offen hast. Wagen dem Dino. Ach so, hm. Ja, okay, fühle ich. Tryen wir mal. Das wir mal in die Vergangenheit... Ja, okay, ich glaube, das haben wir schon probiert, aber wir tryen es trotzdem mal. Why not? Ach so, nein, ich hätte den Bastard erst aufschrauben müssen. Okay, dann gehen wir wieder zu. Dann gehen wir wieder zu. Das geht alles wieder zu. Peter, wenn du auf dem Mäusefeld oben rechts zweimal unten rechts und wieder oben rechts drückst, müsste sich durch die Felder links rechts am Tisch was öffnen. Das habe ich schon gemacht. Jungs, googeln jetzt nicht einfach und gebt mir einen Spoiler. Das ist super wack. Du musst den Code, der auf dem Schrank ist, unter dem Minitur eingeben, müsste mit der Anzahl der Nummer passen. Könnten wir auch mal tryen, ja. Why not? Lass uns das tryen. Wir machen vorsichtshalber noch kurz alles auf. Dicke, das Game ist so geil. Imagine, wir sind einfach die ganze Zeit im selben Raum, am selben Tisch. Und hier ist alles, was wir brauchen. Das ist so geil gemacht, Dicke. 0, 7, 8. Oh mein Gott. Let's go, progress. Ich kann nichts drücken. Don't breathe, hold your breath. Der Schacht, ja, 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 ich überlege auch gerade, aber was? Soll ich jetzt einfach mal Reset machen? Oh. Oh. Oh shit, let's go, wir haben's. Das ist ein Ende, hundertprozentig. Meint ihr, wir können schon Reset machen oder müssen wir noch warten? Okay, ich würde sagen, wir warten mal noch. Okay, ich kann nichts machen. Hamster vergasen, bro, chill. Okay, ich mach Reset. Let's go. Nice, Männer. Okay, uns fehlen noch fünf Enden. Boah, Dicke, Alter. Ich bin, Dicke, mit jedem, wo wir... Aber kannst du was mit den Wasserspender machen? Weil die Papierbecher sehen aus wie ein Diamant. Wegen den gelben Knopf bei den Flügeln. Ja, fühle ich an sich. Aber ich kann da nichts nehmen oder so. Aber der Wasserspender ist auch so sus irgendwie, Dicke. Okay, Männer. Wir kommen immer näher ran. Okay, wir machen nochmal alles auf und gucken uns nochmal alles an. Also, wir sind uns alle einig, es ist halt irgendwas mit dem verfickten Hamster auf sich, oder? Dann haben wir auch noch diese... Dann haben wir auch noch die Scheiße hier. Das haben wir noch. Wir haben den Hamster. Hast du das mit dem Pass schon gemacht? Ja, mit dem Pass haben wir schon gemacht. Das Datum ins Nummerfeld? Nee. Drück mal am Anfang immer in die Richtung, wo der kleine Pfeil hinzeigt. Dann kommt der rote und dann dahin, wo der hinzeigt. Es macht gar keinen Sinn, dass der zum Alarm führt, weil der sowieso immer da ist und der Pfeil erst kommt. Okay, warte, du meinst quasi, dass wir hier drauf drücken, dann hier drauf und dann hier vorbei, oder wie? Nee, 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 glaube ich nicht, Digga. Das war halt auch ein Ending hier. Das hatten wir aber auch schon. Ich glaube, dass wir hier alles gemacht haben. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ähm. Ähm. Okay, wir müssen alles aktivieren. Gott, ich hasse sowas so sehr. Okay, ihr werdet mich jetzt fünf Stunden einfach alles drücken sehen. Stell dich schon mal da drauf rein. Oh mein Gott, Digga, wie ich das hasse. What, friends? Skip four hours, Alter. Oh mein Gott, ich hab's! Let's go! Okay, vier. Vier enden, Jungs. Vier, dann haben wir's. Nein, nicht vier enden, vier enden, Bro. Okay. Hamster hat Angst, weil der Dino laut ist und nicht, weil es ein Dino ist, oder? Ich weiß nicht, was du meinst, Bro, aber ich hab das Gefühl, dieses Radio hat mit dem Hamster zu tun. Bei dem Radio können wir aber nichts machen, soweit. Ja, ich will so dumm. Okay, wir machen nochmal alles auf, Freunde, und gucken dann weiter. Okay. Also, wir haben das noch. Das ist hundertprozentig irgendwas. Wir haben diesen Wichser. Wir haben diese Koordinaten, oder was ist das da oben noch? Das sind auf jeden Fall alles einzelne Enden, würde ich sagen. Bei dem Radio können wir nichts machen. Also, wir haben dieses da noch. Wir haben den Hamster. Und wir haben das da. Hier können wir irgendwas drücken, hier können wir gar nichts machen sonst. Es sieht für mich aus, als müsst ihr mir hier irgendwas reinmachen, Digga. Aber kein Plan. Ich glaube, das mit der Lüftung war wegen der Gasmaske, würde ich sagen. Das ist schon der Hold Your Breath. Obwohl da auch auf deiner Seite stand, touch everything, aber keine Ahnung. Der Trinkbecher? Ich meine, das da, den kann ich nicht nehmen. Diamantbecher? Immer diese Dinge ändern, ne? Telefon da reingehört. Eigentlich die Lösung jetzt mit dem Drucker, wo die Pfeile auf dem Papier kamen. Äh, man musste hier links das drücken, das, 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 dann das. Okay, wir haben auch noch das hier. Keine Ahnung, was das ist. Hört sich wild an, aber kannst du links auf den grünen Knopfen einen Diamanten zeichnen? Hm. Das wäre ein Diamant, oder? So würde ich ein Diamant zeichnen, aber... Touch everything. Digga, dieser Wend nervt mich auch irgendwie. Hier stand touch everything, aber warum? Das Papier in den Müllammer haben wir schon gemacht. Was hat es mit diesem Ding auf sich? BD1D74. 9-1-1 haben wir schon gekallt. Glaub ich jedenfalls. Was habe ich vorhin gemacht? What the fuck? Hat die aufgelegt, die alte? Okay, warte, wir können, ähm... Jeffy, nochmal, genau, hat man das hier aufgemacht? Ich glaube, so, ne? Wer hat mit dem Papier die Becher abgehängt? Das habe ich doch alles schon versucht. Das geht nicht. Was, wenn du alles öffnest, bis zum Schwarzlicht, aber nichts auf der rechten Seite, falls da was auf den Deckeln steht. Hm. Ja, okay. Du meinst quasi alles zulassen und nur das Schwarzlicht? Können wir mal tryen. Die Koordinaten auf dem Feld, wo du den Diamanten einzeichnen wolltest. Ja, ja, das mit den Koordinaten habe ich auch schon probiert, aber wir haben ja nicht alle vier, weißt du? Das ist das Problem. Mit der Uhr auf dem Tisch vielleicht die Uhren rechts an der Wand versuchen zu verstellen, sodass die Zeiger immer auf die Kabel zeigen? Habe ich schon gemacht. Nicht auf die Kabel, aber das mit den Uhren haben wir schon gemacht. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass es noch eins ist. Hier steht halt 20. Warum steht da 20, Digga? Und da steht Touch Everything. Hold your breath. Und diese Zeichen, Digga, ich komme nicht drauf. Floppy Disk in den Schrank können wir nicht machen. Why can't I change the station? Warum ist change unterstrichen und hier everything unterstrichen? Als wäre es irgendeine Bedeutung, oder? Probiert mal B4, D1, D7, B4 und F4 in die grünen Felder einzugeben, so das oberste Reihe, maybe A, G? Keine Ahnung, was du meinst. Change everything change. Nee, ich glaube nicht, dass es da so gemeint ist. Oh, Alter. Hold your breath, vielleicht Lüftungsschacht abschalten? Ja, das können wir nicht. Kann man die Radiofrequenz ändern? Du kannst nichts an diesem Radio machen. Schau. Ich kann auch mit dem Schraubenzieher nichts machen. Ich kann auch mit dem Hammer nichts machen. Ich kann nichts machen mit dem Radio. Das Radio ist... 911 anrufen und Morsezeichen mit dem Gerät darüber. Nee. Irgendwie ist das Ding hier auch irgendwie noch so weird, weil... Wir haben das halt für das hier gebraucht, für das. Das war halt ein Ende. Aber ansonsten haben wir halt nichts gemacht. Ach so, okay, es war nur verzögert. Okay, ich habe gerade gewundert, warum der Schalter gelb war. Bei den vier Knöpfen oben links folgende Reihenfolge, oben rechts, zweimal unten rechts und nochmal oben rechts. Ich meine, das können wir auch einmal probieren. Also das Ding ist halt, wir haben... Das, was er halt, woher er das hat, ist es zwar jetzt einfach... Es ist einfach vorgesagt. Aber das, was er halt... Was genau ist mit Check-Dip-Switch gemeint? Das hatten wir vorhin auch noch. Auf jeden Fall steht hier drauf quasi, dass wir das drücken, sondern das, dann das, dann das. Und das ist quasi umgekehrt. Also, wie wäre es mit Schwarzlicht, wenn du den Schrank mit der Gasmaske aufhörst und benutzt? Was ist mit Check-Dip-Switch gemeint? Das hier, oder? Bei dem gelben Knopf mit dem Diamant sieht es so aus, als würde ein Stück Draht fehlen. Hm, weiß ich nicht. Puh, alter Chat verwirrt mich gerade eher, als dass es hilft. Das Ding ist halt, es ist gerade, wir sind gerade super stuck. Und ich würde am liebsten irgendwie weiterkommen. Also, wie soll ich sagen? Ich würde irgendwie nicht stuck sein, aber ich würde auch nicht aufgeben. Versteht ihr, was ich meine? Also, schaut, wir haben hier, das hier haben wir aber eigentlich schon geused. Aber da steht ja extra correct. Und dann diese Pfeile. Wir können es aber halt auch mal so ausprobieren. Was war das? Das ist neu. Okay. Wie? Wie ändere ich die nächste Zahl? Dicke, da steht D4. Warum steht auf einmal D4? Dann ist das D4. Das steht doch nicht die ganze Zeit da, oder? Hinter dem Schritt. Wie changen wir? Warte mal, vielleicht müssen wir das einstellen. Weil das die 6 nicht die richtige Zahl ist. Warum sollte die rot sein, so random? Warum sind die 6 nicht immer rot? Im Erdschichtklick 1, so weint gleich. Ey, soll ich mal 666 versuchen? Da muss ich aber halt richtig lange drücken. Okay. Man kann das durchhalten, auf jeden Fall. Dann werden wir das... Let's go. Let's go. Ein weiteres Ende. Oh mein fucking Gott. Dicke. Let's fucking go, Chad. Drei Stück noch. Okay, wir probieren mal 666. Dicke, wenn das jetzt auch noch ein Ende ist, wäre es so sick. Wirklich, das wäre so ein Traum, einfach. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott. Die Zeichen. Okay, meinten wir müssen die rausmachen, die es gibt? Also die, so, so, ne? Die, die es nicht gibt, quasi raus. Okay, lass uns anfangen. Also, gibst das Auge. Okay. 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 Ich weiß nicht, ob das da zählt. Boah, das ist ultra schwer. Holy shit. Ich glaube, ja, ja, wir machen alle aus. Das ist smart. Wir machen dann die, an die es gibt. Junge, super smart. Okay, also wir haben die Gabel. Das ist das da. Wir haben dieses, was ist auch, wie nennt man das so, dieses, plötzlich ist dieses Sand. Oh, ist es das hier? Ist es das? Das ist das, oder? Meint ihr, das ist damit gemeint? Ja, ist schon was anderes, ne? Ja, oder? Vielleicht ist die erste Reihe oben die Zahlen und die linke Seite die Buchstaben treibt. Ja, 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 das wird es auf jeden Fall sein mit den, mit diesem D-Ding, ne? Okay, Würfel, Pyramide, also Pyramide, Würfel, dieses Ding-Yang-Ding. Dann haben wir dieses tropfende Gis-Ding, dann haben wir Domo und einen umgedrehten Mond. Ist Domo hier irgendwas? Soll das die Domo sein, wahrscheinlich, ne? Tropfende Gis-Ding. Okay, Wellen, Klingel, Herz und dann irgendwie sowas wie ein Diamant oder so. Oh, waren es zwei oder drei Wellen, Shell? Drei Wellen. Okay, ist vermutlich das hier. Dann hatten wir Herz noch. Was war das dritte? Die Klingel, ne? Links auf dem Tisch ist noch das Auge. Weiß ich, da ist halt noch das Auge, aber das ist, glaube ich, nicht gemeint. Diese Kreisel, gibt's die hier? Nee. Meinst du, das ist noch was? Nee, wa? Ich weiß nicht, guck mal, da ist halt noch dieser, dieser hier, der ist halt da. Das ist wahrscheinlich auch was, oder? Also das, äh, wenn wir das Pädagramm, geh ich mal von aus. So, Schwert war hier noch. Ähm, wieso fehlt ein Knopf? Weiß ich nicht, Diggi. Die Schlange? Ja, aber wo? Meint ihr einfach, weil's da hinten auf der, auf der Flagge da ist, oder was? Unter dem Schwert, das komische. Das Anki, aber wo, äh, wo haben wir das gesehen? Ich bin mir bei dem hier nicht ganz sicher, ob das wirklich, das da sein soll. Aber wahrscheinlich schon rechts von der Tür. Oh ja, true. Der hat noch dieses Unendlichkeitsding da. Aber das haben wir hier nicht. Okay, wir probieren mal alles andersrum. Ähm, ehrlich gesagt, hab ich das Gefühl, das andersrum war richtig. Ähm, ich meine, die Schlange ist halt nicht, das sind immer genau die Symbole, Jungs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Schlange ist. Die Schlange ist nicht selber, so wie das Unendlichkeitszeichen. Ähm, ja, aber, meint ihr, was ist das? Weiß ich nicht, Dicker. Kevin, mach deine Konsole aus. Das ist schon ab 20 Uhr. Das Radioaktivitätsding. Okay, mach ich voll. Auge am Tisch. Ich meine, es gibt da das Auge. Brok, holen mich crazy, aber ich verwette, mein linkes Ei, das hat was damit zu tun. Vorhin bei dem Illuminati-Ende sind Zeichen um die Pyramide geflogen. Komm mich crazy, aber ich wette, mein linkes Ei, dass das damit was zu tun hat. Äh, nee, glaub ich nicht. Die Dreiecke sind links am Tisch. Diese da, dass das das ist? Boah, weiß ich nicht. Das ist alles so vage, Dicker. Nee, Dicker, das fühle ich nicht. Mann, als ob die alle so fast genau so sind und dann... Schlüssel, meint jemand, aber why though? Okay, lass uns kurz überlegen. Das Ding haben wir noch nicht, oder? Diesen Diamant oder was das ist. Was könnte das hier sein? Eigentlich gar nichts von denen. Vielleicht, dass wir am Ende den Diamant bekommen und das ist das Kapute quasi und dann können wir den Diamant da einsetzen. Maybe. Versuch mal. Symbol Auge, Symbol Sanduhr, Symbol Schlüssel, die Wellen neben dem Herz und dann das Herz zweimal drücken. Warum sollte man das Herz zweimal drücken? Das ist straight up cheating, dude. Weil es so in Kugel steht, ja, ja. Der Kollege mit der Pyramide hat recht. Der Knopf unten symbolisiert einen kaputten Monitor. Hau nochmal drauf und probier die Symbole. Der Kollege mit der Pyramide hat recht. Ich meine, das Ding bleibt, aber... Okay, warte mal. Die Welle, der Schlüssel... Meint ihr, die sind nur oder sind die additional? Warte mal. Sanduhr, Schlüssel, offenes Auge. Und was ist das letzte? Zwei Wellen. Okay, vielleicht kriegst du dein linkes Ei zurück, Decker. Es steht sehr gut um dein linkes Eye, Bro, an den einen Guy. So gesehen Popchap, I guess. Ähm... Dude, wie haben wir das aufgemacht? Aui, das Ding bleibt aus irgendeinem Grund. Okay, sick. Kein Plan, warum. Äh, war das 666? Ich kann hier nichts drücken gerade. Was habe ich denn vorhin gemacht, damit ich das hier benutzen konnte? Was habe ich denn dafür gemacht, Decker? Ich weiß es nicht mehr. Ah, warte. Das war das hier, ne? Ach ja, das war anscheinend ein Bug. Ich weiß nicht, was gerade unnötig ist, weil ich glaube, wir brauchen... Warte mal, wir machen nochmal neu. Ich glaube, wir brauchen das Rotlicht. Äh, Schwarzlicht. Das ist usefuler. Wir geben ihm sein linkes Eye und nehmen dafür sein rechtes. Nee, Digga. Keiner hat die Absicht, ein Ei zu nehmen. Danke für die drei. Ich imagine, das wäre so der legendäre Spruch, anstatt keiner hat die Absicht, eine Maus zu bauen. Einfach, keiner hat die Absicht, ein Ei zu nehmen. Wer will, Digga. Das zweite Symbol an den Balken ist safe, die Schachfigur auf dem Brett. Nicht das ganz oben rechts. Die Schlange ist safe, richtig. Das zweite Symbol ist eher die Schachfigur? Das ist doch nicht die Schachfigur, Bruder. Okay. Was haben wir hier? Sanduhr, Schlüssel, offenes Auge, zwei Wellen. Reicht andersrum. Welches fehlt? Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott. Wer sind ihr Motherfuckers? Let's go! Okay. Zwei Enden fehlen uns noch. Junge. Wir sind so close. Meinung zu Fanboys? Weiß ich nicht, Digga. Jeder, der Bock hat. Das ist so, als würdest du mich fragen, Meinung zu Asiaten oder so. Oder Meinung zu Männern. Oder Meinung zu Frauen. Oder Meinung zu Rothaarigen. So, Bro. I don't know. Dude, wenn du als quasi Guy Bock hast, dich feminin anzuziehen und feminin zu geben, dann mach's einfach. Okay. Real Rap. Radio727, das Nummernding. Halte ich für eine gute Idee, ja. Jetzt wird das einfach immer noch, Bro. Das Game ist super dope. Ich wollte da eigentlich mehrere Games zocken, aber... Das Game ist insane. Das Ding ist halt, es wäre einfach verschwendet. Also ich habe drei Euro für das Game ausgegeben. Ich nehme hier kompletten Content mit. Es wäre einfach verschwendet, wenn wir es jetzt nicht finishen. Wisst ihr, was ich meine? Also wir müssen auf jeden Fall noch irgendwas mit dem Hamster machen, Digga. Ich schwöre es euch. Aber Real Rap, das wäre ohne Chat, wäre das so schwierig. Okay, das ist nichts. Das war Waste of Time. Wir nehmen ein Ei von dir und geben es ihm. Meint ihr, das kann man teilen, dass man ihn umbringt? Okay, das ist ein Ei von dir. Okay, nee, ich glaube, das ist es nicht, Chat. Ich glaube, das ist es nicht. Ähm... Okay, mein Gefühl sagt, wir haben das hier mit diesem Numpet fertig. Wir haben halt noch das hier, ne? Das erscheint mir irgendwie auch random. Keine Ahnung. Wir haben noch die Koordinaten. Wir hatten hier D4, genau. Warte mal, warte mal, dann haben wir... Okay, ich wollte sagen, dann machen wir nochmal dieses Feld auf dieses Launchpad da. Oh, wir haben das und wir haben das. Äh, beziehungsweise wir haben das und wir haben das und wir haben den Hamster. Pluto ist markiert in dem Schwarzlicht-Sonnensystem VLT. Okay, fehlt dir noch ein Schlüssel? Nee, ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat. Ähm... Kann man das Spiel irgendwie drehen oder hast du schon gemacht? D1, D7, D4... Und dann habe ich noch B. Äh, ja, wir waren schon dazu. Wenn du Bock hast, ein bisschen Eis aus zu sein und einen fetten Klunker willst, dann guck mal unter D4 nach. Oben und unten die Mitte, links und rechts mit einem Feldabstand und dann die goldene Mitte. Ding Dong. So dachte ich auch, aber das ist es nicht. Also, die sind halt markiert. Alles machen? Finde es echt sick im Stream. Papatastische Omegalul. Freut mich, Dingi. Den D4-Kasten öffnen? Den kann ich nicht öffnen. Boah, scheiße, Alter. Wähl 9-1-1 und dann guck rechts oben. Äh, nee, links oben. Fick, das ist echt Bullshit. 9-1-1, what is your emergency? Nein, ich würde ich cap. Danke. Ich, ähm, ich komm nicht drauf. Also, wir haben diese beiden Saved. Das ist D1 und D7. Dann haben wir D4, das ist das. Und dann haben wir noch B irgendwas. B ist, denke ich mal, dieses hier. Unter der Schlange ist auch noch ein Kästchen. Okay, was mein Sticker? Ah, ich glaube, uns fehlt noch irgendeins. Was? Was? Du hast lange nichts mehr getrunken. Wir könnten mal wieder einen Schluck Wasser vertragen. Geh dir mal was zu trinken holen. Verporage. Was? Oh mein Gott, Jungs. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Aber uns fehlt nur noch eins. Oh mein Gott. Dude, ein einziges Ende. Beim Rätseln hat man ein richtiges Wer-Wert-Millionär-Feeling. Danke für den bodenlosen Spätruhen. Weck mich, wenn ich den scheiß roten Knopf drücken soll. Kleiner als 3. Warum redet der auf einmal mit uns? Oh mein Gott. Das war's. Oh mein Gott. Wir haben's. Wir haben's game durchgespielt, Bro. Und der Hamster, dem ist nichts passiert. Oh mein Gott. Let's go. Oder? Oh mein Gott. We did it. We fucking did it. Oh mein Gott. Ich fass es nicht. Alter, wir haben's durchgespielt, Jungs. Das game war fucking dope. Holy shit, Alter. 10 aus 10. Easy. Alter, das war ja übertrieben dope. Jungs, das war richtig geil. Das war richtig geil, Alter. 10 aus 10 game. Real rap. Ich entschuldige deiner Streams gerade sehr, deswegen ein kleines Tag geschönt. Auch wenn es ein Tropfen Wasser auf dem weißen Stein ist. Nein, Jungs. Vielleicht nicht weird, weil ihr nur 3 Euro seid. Das game ist gar nicht so, Nathan. Danke für den Support, Bro. Boah, Degger. Geil, Alter. Geil. Geil, Alter.